Heute seht ihr die lustigsten Momente in Minecraft. Guckt auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Kaspar! Yo! Was geht's? Ey, guck dir das mal an. Hier ist mein Onkel Jack. Der hat nämlich ganz viele coole neue Waffen für uns gemacht, die wir heute testen können. Was haben wir hier? Die Ananasbombe, Boomerang, Seifenspüren. Also wir haben hier extrem, extrem viele coole Waffen. Was sind das für krass Sachen? Was ist das denn hier? Drachenatem, Angry Steak. Das sind unnormal viele. Guck mal, wir haben sogar eine Bratpfanne hier, ne? Guck mal. Böses Steak. Ja, ja. Kann ich das ausprobieren? Kann ich mir das einfach nehmen? Nein. Nein, nein. Und zwar, pass auf, wenn du das nehmen möchtest, kann man ein bisschen nach unten. Also sogar Katana und sowas. Pass auf, und zwar haben wir unten eine Arena, wo wir die ganzen Waffen auf jeden Fall testen können. So, und hier vorne sind auf jeden Fall die Fahrstühle. Oh mein Gott, guck mal. Was steht da? Oh, da schießen schon welche da draußen. Siehst du das? Das sind so Roboter oder sowas. Das sind so Roboter. Also pass auf, wir gehen jetzt mal in die PvE Arena. Du kannst sehen, wir können ja sogar die Arena starten. Und wir haben ja jeweils, jeder eine Kiste. Eine Kiste? Okay, und was ist das denn? Und du darfst jetzt eine Waffe raussuchen. Emma. Alter, das sind die ja schon. Okay, warte mal. Ich nehme mir auf jeden Fall ein bisschen Leben oben. Und zwar 16 nehme ich hier mal. Okay. 16, ich nehme mir, ja, ich nehme auf jeden Fall auch hier 16 Half-Kits. Ich nehme jetzt mal den Soap Sprayer. Bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Oh mein Gott, guck mal, wie groß der ist. Guck mal. Dann nehme ich den Ice Blower. Alter. Wow. Was machst du? Aua. Was seid ihr? Und jetzt? Und was ging nicht? Hast du ein bisschen vergiftet? Lol. Ey, jetzt muss ich meine Hälfte. Ey. Los. Alles gut, du bist nur vergiftet. Alles gut. Ja, aber ich gehe gleich drauf. Nein, das geht immer, du bist von meinem Herz runter. Alles gut. Ah. 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 Ich würde sagen, wir starten mal hier die Arena. Oh Gott. Oh Gott. Möller 1. Okay. Und wir können jetzt hier. Da, da. Oh mein Gott, das sind richtig viele. Wow. Okay, und Feuer. Oh mein Gott. Alter, wie krass ist meine Waffe? Vergifte die alle. Nicht auf mich. Du sollst nicht auf mich machen. Ich mache doch nicht auf dich. Ja, schön. Ich schieße doch auf dich. Ich habe einen Ice Blower. Alter, guck dir das mal an. Aber ich weiß nicht, was es bringt. Wir müssen da ran. Ah, ja. Ey, meine ist voll schlecht. Meine ist richtig stark. Guck dir das mal an. Meine ist richtig stark. Ich gehe mal ganz kurz runter, weil ich bin mit meiner Ice Blower Waffe nicht zufrieden. Ich nehme jetzt den Wassermelonen Launcher. Ah, okay. Oh mein Gott, du schießt Melonen. Guck mal. Wie cool. Wow. Alter, yo. Was? Junge, was geht ab mit dir? Alter. Wirst du das? Okay, normalerweise. Oh mein Gott, Welle eigentlich fertig. Okay, wir können theoretisch, lass mal so machen, wir können jetzt pro Welle eine neue Waffe auswählen. Da ich jetzt aber gerade schon eine neue Ausgelt habe, muss ich jetzt mit der Wassermelonen Waffe auf jeden Fall mich zufrieden stellen. Dann nehme ich jetzt mal die Potato-Kanne, also die Kartoffel-Kanne. Warte mal, ich habe eine Kartoffel-Falle hingesetzt. Mal gucken, was passiert, wenn da... Oh mein Gott, yo. Hast du gesehen? Oh mein Gott, guck mal hier, wie viele Kartoffeln ich auf die schieße. Yo. Alter, okay. Deine Wassermelonen-Ding ist voll krass. Die ist echt voll heftig, ne? Ja, du schießt auf Sauerfeuer, ne? Ich kann immer nur einmal schießen. Echt? Nehmt alle die Kartoffeln! Ich kann gedrückt halten... Okay, das war ja... Halt doch nicht schnell! Okay, jede neue Waffe auswählen. Okay, eine neue Waffe auf jeden Fall. Ey, die Wassermelonen-Pistole war ungefähr sehr krass, der Launcher. Immer schön wegpacken. Und dann nehme ich jetzt mal... Ich nehme mir jetzt... Boomerang, oder was? Ich habe jetzt den Dreizack, habe ich jetzt. Hast du auch einen Dreizack? Ja, das ist der Boomerang. Okay, dann haben wir den jetzt beide. Und werfen! Oh nein. Oh, er kommt aber wieder zurück. Der kommt zurück, aber der macht voll wenig Schaden. Alter, das ist voll schlecht. Die sind auch voll stark schon, die Zombies. Pass auf! Ja, ich muss mal einen Wassermelonen-Launcher holen. Na, wo seid ihr? Wow, Alter! Oh mein Gott, der ist so krass! Ey, der ist richtig heftig. Aber in One-Shot sind die auf jeden Fall nicht. Die werden auch... Von Welle zu Welle werden die auch immer stärker, ne? Okay, ich glaube... Welle überlebt, ja? Wir haben jetzt aber die Möglichkeit, wieder eine neue Waffe uns zu holen. Die wird jetzt, glaube ich, richtig cool sein. Du willst schon 8 Level, ne? Alter... Wieso 8 Level? Ich habe zwei. Krass. So, ich würde sagen... Nehme ich jetzt mal den Ray Blaster. Alter. Ich habe jetzt einen Katana. Oh, ich sehe es schon, so ein krasses Schwert. Okay, komm, geh ran da, geh ran da. Ich bin gespannt, ob das gut ist. Oh, oh, okay. Und der Ray Blaster, Alter! Alter! Yo, Junge, der geht aber voll ab. Der sieht krass aus. Ah, ich wurde vergiftet von dem. Oh mein Gott, da hast du eine Ochse! Schieß den Ochsen ab! Alter! Oh mein Gott, schnell! Der war extrem stark! Der hängt noch welche. Und besiegen! Ich schnapp sie dir alle. Aber dann guck dir mal den Katan an, guck mal. Oh, siehst du, da vorne ist noch einer, oder? Ja, 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 okay. Okay, ich muss mich beeilen, ich muss zurück. Ich kann leider nicht sprinten, ich bin vergiftet oder sowas. Ich nehme jetzt den Gravity Alternator. Ich habe jetzt so ein Hühnchen. Alter. Expure. Was kann der jetzt machen? Wow, der schießt explosive Eier! Was? Pass auf, oder? Ne, der schießt einfach nur Eier. Lol, das ist so ein Hühnchen! Haha, wie das aussieht! Komm schon! Ich brenne, Bro! Wie du brennst. Pass auf, die schießen voll krass Glowstone. Ich brauche den Ray Blaster wieder. Ich habe so ein Hühnchen, was ich habe. Hier, Blöden! Da oben, da oben, da oben. Was hast du? Oh, die schweben. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell! Pass auf, die sind schon neben dir, Bro! Oh Gott, aua! Ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser. Alles gut. So, hier noch ein bisschen holen. Weghauen, die Glowstone-Dinger hier. Ich habe mit diesen Gravity-Dingens, da werden die anscheinend in die Luft gefeuert oder sowas. Ah, dann fallen die runter? Stimmt! Ja, dann fallen die runter. Lass ihn mal runterfallen jetzt hier. Guck mal, hier ein, arm. Oh, und das war's mit dem. Und der geht nach unten. Sehr gut. Und der kriegt jetzt Katana-Attacke. Hier, die haut auch alle ab. Ah, der hier. Der hat auch ab. Verdammt. Okay, hast du alle? In der Ecke. Oh, sorry. Hey, du killst mich fast. Sorry, sorry. Außersehen, außersehen. Lauf doch nicht vor hier, sag mal. So, warte mal, hier ist noch einer. Mit uns? Und das war's. Letzter, letzter. Fuah. Jawohl. Boom! Da kommen noch welche raus, Bro. Da kommen noch welche raus. Oh Gott. So, okay. Ja, okay. Optimal. Da kommen immer noch mal fünf Leute raus, glaube ich. Der Gravity-Ding, das war ganz cool, aber hat irgendwie wenig Schaden. Weil die einfach nur in die Luft gehauen, wenn ich. Ja, ja, das glaube ich. Das glaube ich. So. Dragon's Breath habe ich jetzt. Ich habe einen Drachen. Ich habe hier jetzt Sentry Gun. Was ist das denn? So eine Kanone? Guck mal, warte mal. Guck mal! Oh mein Gott. Das Teil schießt von alleine, glaube ich. Jo, guck mal, die geschützte Schießt von alleine auf die. Ja. Hä? Ah, wo sind jetzt die Gegner? Sind denn noch ein paar? So, auf, der hat das Geschütz hat noch irgendwas gesehen hier. Hier ist noch einer. Ja, finde ich noch eins. Ja. Hä? Also die... Voll die Baby-Wave. Ey, du hast ja richtig viele Dinge ins hingestellt jetzt. Oha. Die machen richtig schönen Schaden gleich. Okay, wo sind die? Da, Welle Nummer 7. Wow, meine Geschütze! Yo. Bro, ich habe ein halbes Herz, Alter. Ich muss ein bisschen entschulden hier. Ja, so. Pass auf, da, auf der nicht vor die Geschütze, ne? Pass auf, da. Warte, ich habe... Ich kann brennen. Weil, oh. Die schießen auf mich. Ah! Nein! Nein! Von deiner Sandrigan. Von deiner Sandrigan. Und wir gehen wieder rein. Wow! Wow! Leben ziehen hier schnell. Alle nach oben. Alter, Wiza! Oh mein Gott! Oh nein. Pass auf. Ey, wo ist das? Wir entwickeln sich noch. Hol dir jetzt die krasse Waffe raus. Hol dir die krasse Waffe raus. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Hol dir die krasse Waffe raus. Hol dir die krasse Waffe raus. Ich habe meinen Karottenstab. Ah, Experiamus. So heißt das nicht. Oh Gott. Alter. Ich habe hier eine Ananasbombe. Aua, aua, aua. Wow! Was habe ich noch? Alter, hier sind auch noch Skelette, Bro. Hier sind noch Skelette. Hä, was ist das denn? Wow! Guck mal, was ich habe! Ich bin hier in so einem Roboter drin. Boah, wo ist er denn her? Oh, ich habe mega viel Leben. Wow! Ich bin auch ein Roboter drin. Ja, und jetzt, komm. Alter, wir können fliegen. Wow, Angriff, Alter. Hopspringen. Boom! Boom, oh mein Gott. Oh mein Gott, der haut mich voll kaputt hier. Wo sind die? Komm, 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 komm. Alter! Oh Gott, der kippt mich. Ja, bam. Seif und Spender, Kanone. Was? Okay, ich habe noch Z-V-Gans. Und Tote, ich muss bei Tote auf jeden Fall auswählen. Mit rechts klick haust du die, mit rechts klick haust du die. Alter, und hoch! Junge, schau, die sind so weit weg, Bro. Die haben keine Chance. Hier wartet, noch ein Uhr war es noch da, ne? Die kann ich mit dem Ding schießen. Mein Roboter ist fast kaputt. Mit rechts klick, mit rechts klick. Okay. Oh mein Gott. Und Feuer! Oh mein Gott, aua! Oh mein Gott, mein Roboter ist Schrott! Nein, ich brauche neun! Aber wie... Nein! Meine Haut nur, weil er schießt nicht. Ach so. Ach so, okay. Wow! Wow! Was war das jetzt? Alter, ich habe meinen Totem. Okay, ein Wizard ist Schrott! Nächster, nächster, nächster. Ja! Kasse Waffe. Alter, der holt mich die ganze... Ey, mein Roboter ist kaputt! Ja, nicht schlimm. Los, auf den Wizard schießen hier, komm! Ich habe noch ein neun. Ey, jetzt... Ey, Bro, mein Totem! Mein Totem! Kann ich denn was krasses noch machen? Oh Gott. Was ist dein Totem? Ich bin fast tot gleich. Oh Gott, ich werde hier komplett hops genommen gerade. Jo, mein hat sogar ein Vorwärtsalto gemacht. Ich platziere jetzt ein paar Sentry Guns. Schnell! Das ist fast K.O., das Ding. Was haben wir denn noch für Waffen am Start? Wo ist mein TNT-Bow? Der sah richtig krass aus. Warte, wo sind die die... Wurfer K.O.? Hier? Ja, die äußeren Schrott! Ja! Hier, der Hover-Stern. Wir haben den Hover-Stern. Ja, sehr gut! Okay, das ist super der Tag. Dann würde ich sagen... Einfach... Oh, und? Geht's wieder los? Oh mein Gott, ja. Es geht wieder los. Guckt ihr das... Ja! Ich bin nämlich im Game-Boot! Wir haben es überlebt, Kaspar! Ja, Juuu! Kaspar! Ja, was geht ab? Ja, was geht? Alles klar? Leute, sind wir beim Eingang vom Rausch und Boss, das bedeutet ein Mutanten-Kampf. Der Kampf-Arena. Ey, das sind mutierte Monster in Minecraft, ne? Okay, ich würd sagen... Ich würd sagen, was nimmst du dir da grad für ein Set, normales Set, was bekomm ich hier? Oh mein Gott, ich hab auf jeden Fall... Nicht so tolles Set? Was soll das denn, Alter? Ich bekomm nicht schon wieder so ein Müll-Set. Na gut. Du wirst schon was ich davon hast. Ich muss sagen, ich bin schon ganz zufrieden jetzt gerade mit den Sachen, die ich jetzt hier gerade bekommen habe. Ready? Los geht's! Ich würd sagen, ich bin auch absolut ready. Level Nummer 1. Fangen wir erstmal mit den Kleinen. Zack! Oh mein Gott. Okay, ich muss auch mal ein Schild ausrüsten. Oh mein Gott, da sind sie! Alter! Sind nur zwei Stück, oder was? Hau sie, hau sie, ja, ja, genau. Jo, 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 sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, die sind... Was? Okay, die waren... Was? Relativ einfach, sie haben sogar einen Gold-Apfel bekommen. Runde 2, oh Gott. Oh nein, Spinne. Spinne! Oh nein. Okay, kurz mein... Oh mein Gott! Ich bin der Dicke, was ist das für Spinne? Au! Ich hol sie, ich hol sie, ich hol sie. Hält doch mal mit da, Mann, Alter! Bam, bam! 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 Das ist groß. Ich hab die vergiftet, Digga! Die sind ja richtig groß. Ich hab die vergiftet. Ey, die halten voll für aus. Halten echt? Jetzt, jetzt, jawohl, ich hab eine geholt. Besiegen! Spidey Spauio! Zack! So, wow! Sehr schön, okay. Das Schild brauch ich, glaub ich, gar nicht. Das ist nur ein... Denk dran, dass du die ganzen Sachen wahrscheinlich noch brauchst später, ne? Zombie! Zack! Was ist das für ein Mutant, Digga, die machen voll Schaden? Ich schieß mit Bogen rauf. Oh mein Gott. Ich muss mal Regeneration reinhauen. Oh mein Gott, die machen... Die machen ordentlich Schaden. So, jetzt hier, haut mal ab hier, ihr kleinen Zombie. Die sind ja fokussend auf dich. Oh mein Gott! Die können mir gar nichts anhaben, hier. Was wollt ihr? Zack! Ich hau euch in kurz und kleine Stücke. Leute, Stücke haue ich auf. Mein Armbruch ist einmal... Erster weg, Alter! Nächster Plan! Zack! Boom, Junge! Okay, das war sehr gut jetzt schon mal gerade. Oh nein. Aber kann sein, dass du mich mit dem Dings getraut hast. Was ist das denn? Das sind ausgewachsene Ocelots oder was? Ich weiß, die sind mutiert. Lol, die sind ja richtig groß. Jetzt haben wir den Fokus auf dich. Das heißt, ich kann die auf jeden Fall verschlagen. Süße Katze! Baby Katze! Süße Katze! Aua, die machen mir voll Schaden! Okay, ich habe die beiden geholt. Die waren auf jeden Fall entspannter. Oh nein, Wüsten-Zombies. Oh oh. Oh mein Gott. Äh. Äh. Oh mein Gott. Ich halte am Abschluss mit Bogen. Zack. Zack. Die kommen gar nicht ran. Die haben ja gar keine Chance. Die kommen nicht ran. Boom. Die schaffen das nicht. Boom. 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 Und. Boom. Und. Ich schieße den Bogen so schnell wie mit so einem Maschinengewehr. Du jetzt gerade, oder was? Oh, ja. Die haben ja gar keine Chance. Saka Puna auch noch hinterher. Und jetzt. Naka! Ich habe meinen geholt. Ich habe meinen geholt. Attacke! Attacke! Alter, der hat gar keine Chance der Wüstenzombie. Ich habe den vor allem auch schon hundertmal mit dem Bogen getroffen. Wie hält der da aus? Ich hole den jetzt gerade. Wie hält der aus? Sag mal. Ich wollte es gerade sagen. Okay, was hat der so gedroppt? Der hat nur nicht so gute Sachen gedroppt, muss ich sagen. Ja, die waren jetzt nicht so optimal. Dorfbewohner schon wieder? Hä? Oh Gott, die sind aber... Die sind stärker. Die sind stärker. Wurft rank der Schwäche! Alter! Alter, Alter, Alter! Wurft rank der langsam... Alter! Der sprinte toll. Ich mache direkt Schaden, direkt Schaden. Okay, sehr gut, sehr gut. Bam! Der hat, glaube ich, gesessen. Vergiftung, Vergiftung! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ist vergiftet, der Bruder. Oh mein Gott. Ich haue da richtig rein. Ich haue da... Ja. Alter! Nein, 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 nein. Komm her. Was wird, was läuft? Der hat der Angst vor mir? Alter, wie schnell rennt der? Der ist voll der Sprinter, der Flitzer. Jawohl. Guck mal, ich schaue die zurück. Oh mein Gott, gib mal ein bisschen ab. Gib ab, gib ab, gib ab. Oh, ich habe auch... Nimm ruhig. Ich habe auch Gehördreifel bekommen. Wir haben Level 1 einfach ready. Oh, okay. Jetzt haben wir Level 2 freigeschaltet. Ich mache mal ganz kurz Goldapfel mehr rein drücken. Pass auf, geht schon los! Alter! Oh mein Gott. Was ist das für ein Ding? Mutiertes Skilette, ne? Die schießen mit so, mit so, äh... Mit Dingens, mit Knochen. Ich habe voll Fokus auf dich. Oh, jetzt? Der eine war gerade voll Fokus auf dich. Habe ich einen Gift-Trank oder so? Nö, habe ich gar nicht. Okay. Ich habe immer noch ein paar Tränke, muss ich sagen. Ja, die musst du anwenden, Alter. Hau die damit weg. Hau die damit weg. Schwäche! Alter, der schießt hier mit... Ah! Verdammt. Der schießt mit so Knochen, sehe ich gerade. Warte mal, ich muss doch... Ich habe hier auch irgendwas anderes hier. Ah! Ausweichen. Uiwa! Ausweichen. Warte auf, ich habe jetzt hier was krasses. Bro, der hat ja gar keine Chance, ich habe ihn so gedrückt. Ah! Nein, ich habe auch Ruhe wahr bekommen. Nein, nicht gut. Verdammt. Oh, die machen Schaden, Alter. Die machen guten Schaden. Die machen auch nicht Schaden. Ich komme da gar nicht ran, ich kann die gar nicht hauen mit dem Schwert. Ja, warte, ich ding's gerade mit Bogen. Hilf mit! Hilf doch mit! Was machst du denn da? Hilf doch mit, Alter! Ich mache doch, ich helfe euch, ich schaffe den Bogen drauf. Ersten weg, Ersten weg. Oh mein Gott. Nachdem ich hier 5.000 mal was machen muss. Alter, wie viele Pfeile haben die gerade gedroppt? Oh nein, Höhenspinne, ich bin vergiftet, ich bin vergiftet sogar. Alter, 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 Aua, ich auch, Aua. Oh Gott, das zieht ja Vollherzen ab. Alter, oh mein Gott. Ich muss den reingeben, ich muss den reingeben. Okay, ich habe eine geholt, ich habe eine geholt. Bro, ich habe 6 Herzen, oh doch. Denk dran, du hast Milch, du hast Milcheimer. Ja, du musst jetzt übernehmen, Alter, du chillst ja nur. Ich habe doch gerade selber... Drei Herzen, drei Herzen, Digger. Ich habe sie geholt, ich habe sie geholt. Drei Herzen, ein Herz. Was? Was? Ein Herz. Alter, jetzt geht's zurück, geht's zurück, geht's zurück. Geh zurück, Kaspar, schnell. Oh Gott. Was ist das denn? Halt auf Abstand. Was ist denn das denn? Halt auf Abstand. Ich will gar nicht ein bisschen weiter explodieren. Oh Gott. Ich brauche Regeneration, ich brauche Regeneration. Alter, die sollen wir abhauen. Aua. Ah, Digger, was sind das für Teile? Alter, die sehen nicht verrückt aus. Das sind voll die Creeper-Monster, Digger. Die sehen echt verrückt aus. Hilfe, lass mich. Du nutzt alles, du nutzt alles, was du hast. Du nutzt alles, was du hast. Okay, pass auf, ich muss jetzt irgendwie holen jetzt hier. Das sind ja so Schlangen oder so, ne? Bam, bam, bam. Aua, ah, ah. Okay, die machen... Ah, Dreck. Man muss auch auf Entfernung gehen mit denen. Bam, bam, bam. Ja, safe, safe, safe. So, hier nochmal. Nein, nein, nein. Nein, guck dir den anderen an. Guck mal. Oh, was macht der? Der explodiert, Alter. Der explodiert. Lol. Hier, letzter, komm. Ja, jawohl. Ja. Ja. Ich schieße mit dem Bogen. Dauert, was? Nein, Achtung, Achtung, Achtung. Okay. Alter. Was? Warte, ich mach die Runde. Ich seh dich ja. Kannst du nochmal rein? Nee, geht nicht. Oh, mein Gott. 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 Ah, ah, ah. Das Kind ist wieder aufgefüllt. Okay, warte, ich geh wieder rein. Ich geh wieder rein, glaube ich. Ich hab ihn. Komm rein. Alter, alter. Der ist voll krass. Oh, 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 oh. Hier. Ich bin drin. Ja, du bist drin. Jetzt, let's go. Oh, Junge. Was willst du, du Wissauge? Oh, ich bin. Du Wissauge. Jawohl. Schnapp mir die Augen. Du Kobold. Du Kobold. Du musst zurückgehen. Du musst zurückgehen. Ja, du. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Wurva. Skelett. Oh, nein. Die sprennen auf mich. Was ist das denn? Pass auf, die ist noch schnell. Zack. Direkt Schaden. Zack. Oh, mein Gott. Ich lauf weg von dem. Wo sind sie? Also, deine Sachen liegen die auch noch. Zack. Ja. Ja. Oh, mein Gott. Das war gerade ein wichtiger Schaden. Vergiftung. Ja, Vergiftung. Digga, du schießt auf mich. Wurr doch auf, Alter. Sorry. Du hast mich jetzt zweimal hingeschossen. Oh, mein Gott. Ah, nein. Das haben wir nicht bekommen. Jetzt bin ich vergiftet. Ah. Warte, ich gebe dir Langsamkeit. Liegt. Welcher war liegt? Du hast mir Langsamkeit gegeben, Alter. Ja. Nein. Alter. Hast du mich zum Brennen gebracht? Wann brenne ich? Was ist passiert? Hast du dich auch nicht? Hast du dich auch nicht? Hast du dich auch geschossen? Heuer schon. Hast du dich abgeschossen? Hab ich nicht. So wohl. Alter. Sehr gut. Ja. Komm her. Oh, pass auf. Oh, mein Gott. Schnell. Schnell. Oh. Schnell. Pass auf. Oh. Okay, alles gut. Vergiftung frei. Vergiftung frei. Ich muss meine Tränke. Ich habe einen Tränke. Ich muss meine Tränke auf jeden Fall nutzen. Was war das? Ich habe einen Tränke auf. Es ist gewossene Generation. Okay, okay, okay. Ich mache kurz Feuerwiderstand. Oh Gott, oh Gott. Alter. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ein Diener. Was ist das? Ein Diener, ein Diener, ja. Oh. Oh Gott. Aua. Ein Fullstel. Ein Fullstel. Okay, warte. Was wollt ihr hier? Blöden Diener, hä? Ja. Macht ihr Auge auf meinen Kollegen hier, Diener. Er hat Langsamkeit. Den hole ich mir. Ich hole mir den. Ja, der ist mega langsam. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Den habe ich gleich. Warte, da habe ich noch irgendwas. Hallo, lieber Diener. Der haut mich gar nicht. Dann hau ihn. Ja, ich habe einen geholt. Voll viel. Sehr gut, ich habe auch den anderen gleich. Ich habe den gleich, ich habe den gleich. Digga, ich habe den 100 Mal getroffen schon mit dem Schwert. Weg mit dem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Besser ist das. Okay, den haben wir gerade geholt. Dias hat der gedroppt. Okay, wir brauchen wir mal. Haben wir noch mehr Zombie-Piglets? Ja, wir brauchen wir noch Potions, Mann? Zombie-Piglets. Ich brauche immer noch Potions. Boom. Oh nein. Alter, das ist ja ein fettes Schwert. Oha. Lauf, lauf. Warte, kann ich mich hier? Ja, ich kann mich hier im Haus gestecken. Digga, die machen den für einen Scherz, ne? Geht's aus, geht's aus, geht's aus. Hier, warte, warte, warte. Ja, wie easy. Wie easy. Oh mein Gott, ja. Warte, ich habe einen krassen Goldabwehr gerade bekommen. Ich habe gerade einen krassen Goldabwehr bekommen. Los, guck mal, wie ich ihn weglocke. Los, schieß ihn ab. Oh mein Gott, du hast einen OP-Goldabwehr bekommen. Ist da noch einer? Ja, hier. Hier, hier. Oh, Eierre, danke. Okay, jetzt kommt direkt Enderman. Oh nein, Enderman. Oh, Enderman, gar nichts los. Aber ein mutierter Enderman. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was macht ihr da? Digga, der schießt die mit so... Oh mein Gott, der teleportiert sich. Alter, der trifft sich voll. Zack, zack, zack. Ihr blöden Ender... Oh mein Gott, er ist nicht teleportiert, wo ist er? Oh mein Gott. Der guckt dich an. Boom, 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 boom. Alter. Ich habe einen. Nächsten. Ja, man kann... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geholt, Alter. Sehr gut. Die wurden ja absolut geholt. Oh Gott, Schneegolem. Was ist denn das für ein Ding? Schneegolem? Wow. Wie sieht das Ding denn aus? So ein Schneemann. Hä? Easy. Guck mal. Warte, man kann die Falle zurückschießen. Guck mal. Guck mal. Guck mal, ich schieße mich schnell auf die Schieß. Guck mal, ich schieße mich schnell auf die Schieß. Ja, warum kannst du so schnell schießen? Guck mal. Warum kannst du so schnell schießen? Die hat mir gar keine Chance. Wieso schießt du so schnell? Guckst du dir an? Ja, weil ich genau im richtigen Moment immer drücke. Guck dir das an. Alter, ich schieße es genauso schnell. Bro, die haben ja gar keine Chance. Der Schneemann fremd. Oh mein Gott. Der Schneemann spielt. Oh mein Gott. Was wollt ihr? Blöden Zombies. Bam, bam, bam. Okay, Schneemann haben wir auch geholt. Sehr gut, sehr gut. Da können nicht mehr viele Komponenten. Veränder Augen bekommen. Die Hexe. Oh nein, die vergiftet. Denk dran. Mein Bogen macht gleich nicht mehr mit. Oh mein Gott, pass auf, wie schnell ist die? Alter. Die haben Stärke, die haben Stärke oder sowas. Pass auf. Oh oh. Die trinkt die Potion, die trinkt die Potion. Die trinkt hier die Potion. Nein, nein, Alter. Die hat voll dicke Potions mitgeworfen. Oh mein Gott, ich schieße mit dem Bogen so schnell, ne? Oh oh. Digga. Aua. Regeneration. Du musst die Regeneration ziehen. Aua. Lass mich, du blöde Hexe. Alter. Die trinkt schon wieder eine Potion. Die trinken Potions oder so, ne? Komm, einfach wieder drauf. Ja, ich hab meine geholt. Ich hab meine geholt. Sehr gut. Hier, komm, hilf mit. Ja, ich auch. Oh nein, Magier. Der Magier. Geh weg da. Ja, der kommt da gleich. Bam. Oh mein Gott. Was hat der für komische Zombieschweine da am Start? Digga, der macht richtig viel Schaden, ne? Pass auf, der macht da nur die 6 oder die 6. Oh mein Gott. Nein, diese kleinen blöden Hexen. Nein. Oh nein. Nein, das ist die kleine Geile. Pass auf, der muss von der Pflanzer auch gleich hochfliegen. Kommt her. Hinten, Digga. Du musst auf die Magier gehen, nicht auf die Hexen. Ja, ich muss die Hexen holen. Du musst die Magier killen. Aua, Alter. Mach ich doch. Digga. Was sind das für Dinger? Ich schieße die ganze Zeit drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und die hast du ohne Ende. Oh mein Gott, Bro. Ja, wir haben es geschafft. Guck mal hier. Die ganzen Totems. Lol, was? Hatte der die alle? Alter, jetzt haben wir... Oh mein Gott. Was geht ab, Alter. Okay, komm, Final Battle gegeneinander. Unglaublich. Okay, willst du Stress oder was? Unglaublich. Aua ab. Du hast noch einen Goldapfel gegessen oder sowas. Nee, habe ich nicht. Nein. Ja. Nein, lass mich. Ja. Oh mein Gott. Wie viel hattest du denn die ganze Zeit? Full Life. Was? Meine Rüssel war sogar noch fast kaputt. Was? Wie warst du denn Full Life, Digga? Tja, aber du mich gefühlt nicht einfach getroffen warst. GG. Hey, Kasper, guck mal, wo wir sind. Weißt du, wo wir uns hier befinden? Ja, bei Onkel Jenkins in der Scheune. Ich weiß, und zwar sind hier die krassesten Tiere auf dem Bauernhof. Und die sind richtig, richtig verrückt. Ich zeig dir jetzt direkt schon mal. Okay, mit denen sind wir das nicht, oder was? Ja, die sagt dir jetzt direkt schon mal, wie verrückt die sind. Und zwar... Okay, zeig mal, ja, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, jetzt können wir hier unser Equipment auswählen. Was wollen wir für ein Equipment? Ich würd schon sagen, äh, ich nehm Pro. Oh, hab ich auch. Pro Equipment. Und jetzt können wir damit anscheinend, damit diese Tiere... Oh mein Gott. Oh, wo sind die? Okay, ich bin gespannt. Traut euch. Du hast auch genau richtig viele Tränke und sowas, ne? Ja, wir haben schon ein paar... Ne, drei Stück hab ich. Drei Tränke hab ich im Fall. Oder müssen wir jetzt gegeneinander... Oh, da hinter dir! Alter, was sind das denn die Tiere? Die haben rote Augen, ne? Die haben echt rote Augen. Aua, Alter. Oh Gott, ich hab eine gewohnt. Oh, das war ja mega leicht. Das ging auf jeden Fall noch klar, muss ich sagen. Das ging auf jeden Fall echt noch klar. Oh, Equipment ist echt... Was glaubst du, das ist das krasse Equipment? Pass auf, pass auf, die Lama. Alter, die spucken, die spucken. Äh, das krasse Equipment ist, glaub ich... Ja, glaubst du, dann bekommen wir so ein richtig krass O-P-Swert? Ja, ne? Ja, vielleicht sogar so Hacker-Sacken oder sowas, ne? Oh, das wär krass. Oh nein. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Okay. Die schießen rote Eier. Die schießen rote Eier? Die haben vergammelte Eier oder sowas, glaub ich. Ich weiß, weg mit... Alter, hast du dieses ganz Kleine gesehen? Oh, oh, okay, warte. Oh nein, oh nein. Hier kann man looten. Alter, das ist neuesten Equipment drin. Das ist ein Loot-Crate. Oh mein Gott, da kommen noch mehr Hasen raus aus einem Hasen, wo du einen gekillt hast. Ich seh's gerade. Oh, kaputt hauen. Ich nehm einen Trank. Warte mal. Direkt schaden. Zack. Alter. Das hat gesessen. Zack, okay. Oh, ey, aber da kommen noch mehr einfach raus. Sehr gut, sehr gut. Alter, die Schweine kommen auch noch. Aufhören. Hört auf. Hier, ich gebe uns Scherke. Ich gebe uns Scherke. Oh, oh. Okay, jetzt. Jetzt der Angriff. Ey, ich bin verwirrt. Bei mir wackelt's. Ich auch. Okay. Neverride-Schwert. Das zauberte Tier-Sachen, ne? Werd, Werd! Hilfe! Oh, 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 Gott, oh, Gott. Warte. Oh, Gott, oh, Gott. Ey, oh. Fluffy, geh zurück. Wir haben ja auch einen Bogen, sehe ich gerade. Da war noch irgendwas krasses hier, glaub ich, gerade, ne? Ja, ja, das hier. Oh, wo das? Ne, das ist krasser hier, das Scherke. Ey, jetzt geh mal lieber weg von der Kiste, da, Alter. Die können mir wieder neue Sachen. Ja, jetzt. Ach, alles entspannt hier. Alter, die bösen Esel. Oh, mein Gott. Haut ab, die bösen Esel. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Komm, dann geh da raus, essen die Apfel. Oh, Gott. Ein Herz, ein Herz. Alter, die sind echt stark, ne? Die blöde, die reichsreiche. Oh, Junge, ihr kleinen Esel. Okay, 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 okay. Ich muss dann Apfel essen. Nur, wie war das Tod in die Hand, ne? So, wie war das Tod in die Hand? Ach ja, stimmt, Tatsache. Jetzt war's das mit dir. Oh. Oh, ne neue Loot-Crate. Kiss, äh, Dingens. Kür, die, eh, eh, die kacken überall hin. Wieso? Und die Kacke greift uns auch an. Komm her. Die Kuhkacke, der Kuhfladen. Die Kuhfladen, pass auf. Haut ab, lass uns in Ruhe. Feuer die, Feuer die mit Dings ab, mit Boden, mit Boden. Ist hier noch eine neue Kuppe, oder was? Alter, die Kacke kommt. Ja, ja. Pass auf. Ernährungsfläschchen. Au. Hier kommt ja immer die Kacke. Alter, Alter, was geht dir jetzt her? Kasper, lauf weg. Die Gäule. Oh Gott. Lauf weg. Oh, ne Gott, die Kacke. Nein, das war's mit mir, das war's mit mir. Nein, nicht draufgehen. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Oh, ich lauf, ich lauf. Die Pferde sind zu stark. Hier, den Ball, vergiftung. Ah. Okay, ich geh mit Tanks der Stärke. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Ja, hier, 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 hier. Hier, und wieder ran. Alter, hier kommen gerade so viele, ne? Oh, da, hier, Pferde. So. Was sind das alles? Die Kühe. Alter. Aua. Ich bekomme mir noch Schaden von so einem kleinen Mini-Pony. Alter, was sind das für Dinger? Pilzpühe, ne? Die Kühe sind echt krass aus. Wir freuen uns die Pilze an. Digga, da kommt in der Erfahrungsfasche auf einmal Kacke raus. Warte mal, ist hier noch irgendwas krassig drin? Regeneration. Hätt ich greifen gar nicht an, die Pilze. Durch die schießen Pilze, pass auf. Äh. Alter. Oh Gott, der hat gesessen laulich. Jawoll, sehr gut. Sehr gut. Alter. Alter, wo kommen die jetzt auf einmal her? Hilfe. Nein, Hilfe, Kasper. Tod, dann bin ich in die Hand nehmen. Regeneration. Oh Gott, oh Gott. Ja, sehr gut, hab ich abbekommen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier, draufhauen, draufhauen. Auch auf die Pilze, auf die kleinen Pilze. Ich hau sie alle rauf. Auch drauf. Die Pferde, komm. Raufhauen auf die. Oh, die Pferde, die sind alle verwirrt gerade. Ja, ja, die wissen gar nicht, wohin. Die wissen gar nicht, wohin. Oh nein, ich bin vergiftet. Sehr gut. Ich bin vergiftet. Bam, bam. Und boom. Ist noch was Gutes drin? Äh. Oh mein Gott. Nein. Horrorschafe. Horrorschafe. Alter, was ist das denn? Die werfen mit Wolle. Schieß die ab mit dem Bogen. Ich bin fast tot, du hast mich getroffen. Alle Scharfen sind weg. Nein, ich lasse nur die Kisten hier. Oh, ein krasseres Schwert. Oh. Das Schwert, ja. Nimm mir das Schwert raus, ist auch krasser. Oh mein Gott. Alter, Füchse. Wow, die schießen mit Feuer. Oh, oh. Wir können zurück. Wir können aber zurück, den Sie mit dem Schwert. Auf die Füchse. Ey, die haben mich rausgeboostet. Was? Ja. Komm, Thea. Lust das Dinger alleine machen. So, jetzt. Ich mach hier wieder zu. Bam. Okay, die waren noch einfach. Die Füchse. Aua. Die am Heulen sind, ne? Die sind voll am Heulen. Die waren noch relativ einfach, muss ich sagen. Alter, die schießen mit Kacke. Oh Gott. Alter, mein Wichs ist voll gut. Äh. Ihh. Pass auf. Ich bin verwirrt. Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. So, ich hab jetzt mal einen Trank geguckt. So. Oh Gott. Okay. Aua. Hört auf. So, jetzt hier. Wir leben die so krass. Ich seh gar nichts mehr. Ich bin ganz verhört hier. Äh. Aufhören. Aufhören. Über ist die Kacke. Über ist die Kacke. Okay. Ich hab gar nicht mehr so viele Bögen. Aua. Ich hab nur noch 30 Pfeile. Hinter mir. Die Füchse. Oh mein Gott. Die Füchse. Viele sind das. Alter, das sind extrem viele. Die Katzen sind schneller. Los, hau die kaputt. Oh, oh, oh. Sehr gut, sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Nicht gut. Das ist gar nicht gut. Auf, auf, auf. Das ist gar nicht gut. Lass mich in Ruhe. Komm her, ich helf dir, ich helf dir. Oh mein Gott, alle auseinandergenommen, leider. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Herde, Hilfe, Kacke. Hilfe, ich bin eingesperrt. Ja, ich komm, ich komm. Ich komm nicht raus. Oh, oh. Warte. Jetzt. Okay, okay, gut. Geht auf mich, nicht auf ihn. Los. Okay, gut, okay, gut. Und. Uuuuuh. Uuuuuh. Warte, was ist hier in der Kiste auch drin? Schlachtbank. Oh, die Dinger werden stärker. Ja, ja, ich bin halt tot. Ich brauche jetzt irgendwas zum Gehlen. Ich habe keine Tränke mehr. Ich bin gleich tot. Hier, Kaspar, komm her. Oh Gott. Oh mein Gott, das hat mich gesaved. Danke. Nein. Uuuuh, hier auch diese Mini. Ihr habt nur Pferde. Alter. Was los? Oh nein. Die ganzen Schafe. Drei Herzen, drei Herzen. Die Lärmöse habe ich gleich gekriegt. Du musst es überleben, Kaspar. Du musst es überleben. Wir müssen einen überleben lassen, oder? Oh, ja, stimmt, stimmt. Lass das Hühnchen überleben. Aber die sind nervig. Neubes Hühnchen. Neu gespawnt. Was? Ah! Oh nein. Oh Gott. Warte, geht da weg, geht da weg, geht weg. Feuer rein, Feuer rein. Feuer frei. Ja, richtig. Richtig. Aua, nein. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, ich bin fast tot. Ja, aber du auch reinläufst. Ich bin fast tot jetzt. Oh mein Gott. Oh oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist gerade gar nicht gut. Ich treff dich die ganze Zeit. So, hier nochmal. Das ist gar nicht gut, das ist gerade. Alter, die hauen sich kaputt. Die Hasen, die Hasen sind schnell. Die Bienen. Oh Gott, ich bin vergiftet. Hilfe. Oh mein Gott, das werde ich nicht überleben. Das werde ich nicht überleben. Ich bin hier oben. Drei Herzen. Ein Herz. Ein Herz. Halbes Herz. Oh mein Gott. Ich habe zweieinhalb Herzen. Ein Herz. Ich bin tot. Okay. Letztes Leben. Tut er ist weg. Tut er ist weg. Drei Herzen noch. Die kriegen mich ja nicht. Die haben mich hochgeboostet. Siehst du das, wo ich bin? Oh, Kamele. Alter, es sind so viele Villager. Kamele. Hast du Kamele. Oh Gott. Einfach reinhalten. Einfach reinhalten. Ich muss regenerieren, aber man regeneriert nicht. Das dauert für lange. Oh oh. Oh oh. Nein. Oh, das ist so ein OP-Spot. Hilfe. Die Schafe schießt mich ab. Los. Kill die. Kill die. War ich gerade schon? Alter. Du musst mir mal helfen. Ich helfe doch. Sehle. Oh, ich bin vielleicht tot. Ich komme. Ich komme. Junge. Ja, geh runter da. Geh runter da. Hier, auf die zu schießen. Ich habe ein Herz jetzt, weil du mir nicht geholfen hast. Natürlich. Helf doch. Hier, so. Bam. Oh mein Gott. Wir haben alle geschafft. Als ob. Wir haben alle geschafft. Ich habe ein Herz. Okay, das war schon mal sehr gut. Wir haben eine Geheimwaffe unlockt. Okay, komm, lass rausgehen. Lass rausgehen. Okay, wir gehen raus. Und zwar gehen wir jetzt hier in die nächste Challenge. Bereit? Ich bin bereit. Und andere. Attacke. Ja, laufen wir wieder weg, Kollege. Liga, chill mal. Chill doch. Was hast du denn? Wie schnell war ich down? Du hast ja einen Goldöpfel reingesnackt und direkt Totem hingesetzt. Ja, warum rennt ihr auch mich zu ohne den Goldöpfel? Warte, aber da steht doch Team Battle Wars. Spawn IQ, Spawn Lamo. Das heißt, ready? Hör auf, ich gucke doch hier gerade. Ich gucke doch. Und jetzt? Das überlebst du nicht, mein Freund. Also, ey. Okay. Aber wir müssen doch jetzt diese Eco spawnen oder nicht? Diese Eco oder nicht? Nein, das ist eins nur gegen eins, dieser Modus. Nur gegen eins gegen eins. Na gut. Let's go. Was kann ich? Digger! Das kann ich nicht glauben, Alter! Was hattest du da für einen Bogen gerade? Tja. Boom! Denkst du, dein Bogen kann was? Denkst du, dein Bogen kann was oder was? Ja. Dein Bogen kann ich! Denkst du, dein Schwert kann was? Denkst du, dein Schwert kann was? Nein! Wie viele Herzen hattest du noch? Na voll! Okay, der Modus ist langweilig. Ich mach mal einen anderen an. Ich mach mal hier, Combat Silo. So. Ab geht's ins Silo, Kasper! Silo, Angriff! Okay, jetzt bist du, glaube ich, hier irgendwie runter oder so, ne? Ja. Ja, jetzt geht's los. Okay. Silo Nummer eins. Da kommen sie! Oh nein. Die ziehen! Oh Gott. Oh Gott. Die sind doch einfach. Die sind doch einfach. Das ist gerade bei Etage Nummer eins. Es gibt über 50 Etagen. Ich weiß, es wird jetzt auch richtig eng hier drin gleich, ne? Oh mein Gott! Bam! Oh mein Gott! Die kleinen Hasen, die haben keine Chance. Alter, das ist ja easy. Sag mal, wir sind jetzt gerade, wir sind zuerst Stufe Nummer zwei. Ja, aber das Problem ist, da wird es gleich richtig viele geben, ne? Oh, Wölfe! Okay, Polarflüchte. Oh mein Gott! Oder? Bam! No! No! Du brauchst nicht die ganze Zeit auch damit. Nein, tu ich nicht. Alter, das werden ganz schön viele. Ganz schön viele kleine Hasen. Ja, jetzt werden das schon immer mehr, ne? Jetzt werden das schon immer mehr, aber ja, hat man hier schön abgekleidet. Okay, ich hau die jetzt alle gerade kaputt. Easy peasy hier. Oh Gott! Oh, so ein Wolf gerade abgeschossen. Oh Gott! Oh Gott! Alter, wie viele Hasen! Oh, wir haben hier, die Hasen sind nervig, Alter, weil die so klein und schnell sind. Ruhe! Ist so, die sind klein und nervig. Mehr sind die nicht. Alter, wie viele... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was schießt ihr mit Feuer? Die schießt ihr mit den Feuerdingern hier in den kleinen Raum da drin rum. Was ist das? Die sollten mal aufhören, Feuerverbot! Feuerverbot! Aufhören mit Feuer! Hallo! Schaut auf! Ich hab nicht mehr so viel Leben, was soll das? Oh, das ist die Kiste. Da unten jetzt die nächste Tasche der Kiste. Hallo! Die sind alles raus. Hier, ich hab ein Schwert für dich. Ich hab schon ein gutes Schwert, alles gut. Ja, ja. Ach, du hast es genommen? Ich hab mir das Verbrennungsschwert genommen, ne? Kein Problem. Das kann ich nicht glauben. Na gut, okay, dann los geht's. So, okay. Oh nein! Ich bin raus, ich bin raus. Was hast du gemacht? Oh, nee, ich bin raus, außerdem bei dir. So, da du jetzt hier einfach rausgegangen bist aus dem Silo, wäre hier so mal absolut zerstören, Alter, in dem Battle-Modus. Oh, na gut, okay. Sagst du, du hast doch mal ne Chance, oder was? Ja, du wirst auf jeden Fall, du wirst auf jeden Fall keine Chance. Ich bin immer für jetzt das Pro-Tier, nicht das Gott-Tier. Ja. Das heißt, Pro-Dinger nehmen wir. Okay, finales Battle, würde ich sagen. Ja, du wirst auf jeden Fall keine Chance haben. Okay, bist bereit, let's go! Ich bin bereit, ich bin bereit. Und los! Bam, Junge! Zack! Zack! Angriff! Ja, das macht mir nix. Das macht mir nix auch. Das macht dir nix? Nee. Sicher? Bam! Sicher, dass du das nicht machst? Oh, der hat gesessen! Nein, der hat es gesessen! Oh mein Gott, die Combo! Digga! Die Combo, Bro! Hä? Hä? Unendlich Herzen! 1000 Augen! Was ist das denn, Alter? 1000 Augen! Hä? Bro, ich hab dich doch viel öfter getroffen und die ganze Zeit gehauen. Ich hatte volles Leben, ne? Hä? Fast volles Leben. Warum hast du denn fast volles Leben? Und Feuer! Zack! Zack! Bam! 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 Okay, komm, Schwert-Oli. Wenn man sich traut, Schwert-Oli. Nix da, Alter, komm her. Okay. Mit Bogen hier. Okay, okay, okay. Und zack! Au! Das hat gesessen, hä? Das hat gesessen. Oh mein Gott, die sitzen. Die sitzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Der Bogen ist das einzige, was du kannst, ne? Bogen ist auch das einzige, was du kannst. Bam! Und jetzt geht's los! Und jetzt geht's los! Bam! 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 Angriff! Und los! Ja! Wir müssen's klären! Ein für alle Mal! Kombo! Kombo-wumbo! Kombo! Nein! Wie viele Herzen hattest du noch? Voll. Fast voll. Voll sogar? GG, Alter. Nicht schlecht. Ja, eigentlich wäre es auch unentschieden. Oh, Kaspar. Oh mein Gott. Bist du jetzt heute bereit, gegen Monster zu kämpfen? Alter, ich werde die alle zerstören. Wie machst du das meinst du mit Monster? Das Ding ist, wir sind heute in einem Team. Das bedeutet, aua. Ey, blöde Spinne, hau ab. Ein Lucky Block Race zusammen gegen andere, oder was? Warte, ich bin hier gerade eingespült auf dem Wasser mit einer Spinne direkt vor mir. Ich seh's gerade. Oh, blöde Spinne. Oh, ich schwimme auch wieder raus. Okay. Ja, genau. Und zwar, wir werden heute probieren, gegen richtig krasse Monster zu kämpfen am Ende. Ach, lol. Und werden die immer krasser? Alter, die spawnen hier einfach. Ich seh's gerade, Wizard. Ja, der ist auch gerade bei mir gespawnt. Äh. Äh, ich wurde geholt? Einfach so? Von dem Hoover. Alter, aber ein bisschen Zombie. Bro, ist spawnt direkt noch mal Wizard-Skelett bei mir. Ich komm nicht mal einen Meter weit. Was ist das? Ja, du musst hier einfach runterhauen. Das geht dann. So, der ist auch runtergehauen. So, den hier und den hier. Ey, ich krieg den nicht mal runtergehauen. Oh Gott. Schnell weg hier. Wir sind nämlich Zombies die ganze Zeit eben hier. Na komm doch, Kollege. Na komm doch. So, Nummer 1 ist weg. Oh, Schärfe. Ey, das ist besser als mein Schwert. Ey. Ey, was? Der holt mich mit zwei Hits? Bro, die spawnen bei mir hier die ganze Zeit. Die spawnen bei mir die ganze Zeit, die Wizard. Bist du in der vierte oder so? Das holt mich mit zwei Hits, ne? Das ist so ein Villager oder sowas. Ach so, der Ack. Der ist mit einem Holzfäller, glaube ich. So ein Baumtypi. Abhauen. Okay, ich hab beide geholt. Alter, und ein Wolf-Skelett. Okay. So, okay. Der soll abhauen, der mit seiner Axt. Mit seiner blöden Axt. Ich krieg den nicht gekehlt, Bro. Ich komm nicht mal weiter. Das ist ja todesschwer. Ich geh jetzt schnell zum Checkpoint erstmal hier. So, ich hab den Checkpoint. Und die spawnen. Ich bin immer noch beim... Ich hab ein Lucky Block bisher geöffnet, ne? Ich hab ein Lucky Block bisher aufgemacht. Ich mach ganz viele Rade auf. Und jetzt spawnen Wizard. Was ist das? Und Regen. Ich esse jetzt mal einen Goldapfel hier. So, zack. Ja, gönn dir mal den Goldapfel. Könnt ihr mich auch nicht killen. So, okay. Ich bin mit meinen Sachen ganz zufrieden. Ich bin jetzt ja beim Checkpoint schon hier. Oh nein. Oh Gott. Jetzt kommt endlich mal die Chance hier. Ey, was? Ey, du sagst du mit der Axt. Das Buch, Alter. Was ist das? Okay, was kann ich hier drin? Zwei verzauberte Goldapfel und Diamantschwert. Endlich bin ich oben. So, und jetzt brauch ich auch den Checkpoint schnell. So, hier schnell die Lucky Block stechen. Das haben wir doch alles mit hier. Uh, Verbrennung. Hau ab da, du blöder Holzhäller. So, ich hol mir jetzt ganz schnell den Lucky Block. So, weg damit. Hier ist ein Stärketrank. Den kann man, glaube ich, benutzen nachher. Ich gehörens gut. Ja, du bist los. Und Karotten. Und Chef 1 Buch. Boah, ich hab ganz geile Sachen, glaube ich, gerade bekommen. Okay. Ich soll abbauen jetzt hier. Ey, da sind drei Holzhäller vor der Tür. Ich weiß, es ist voll OP. Ja, tot. Oh Gott. Alter, ich öffne gerade so viele Lucky Blöcke. Oh, bei mir läuft das gut. Jetzt hab ich sie alle. Alter, jetzt läuft das richtig gut bei mir. Okay, ich hab ein Herz noch, aber kein Problem. Ab wie, du Mimi. Nein, ich hab Golem angegriffen, ich Idiot. Alter, ich hab ein Diaschwert, Verbrennung und Angriffsschaden 13, Alter. Was? Das Ding ist, ich bin einfach mit Items echt nicht zufrieden, ne? Ich kenn's schwimmen. Nee, ich bin... Bei mir geht's... Es geht, es geht, es geht. Das ist in Ordnung. Ehrlich, bei dir ist es in Ordnung? Ja, bei mir ist es in Ordnung. Aber ich brauch noch eine krasse Rüstung. Komm, ich schau jetzt hier nochmal was Gutes. Nein! Waren wir am Ende einen krassen Kampf gegeneinander oder gegen Pv... Also gegen die... Ich glaub, gegen Mobs. Mobs. Ich glaub, gegen Mobs. Ja, genau. Ey, die sind so schwer, die Zombies. Oh Gott, nein, ich hab mich mit dem Golem angelegt. Nein! Du darfst dich natürlich nicht anlegen, ne? Ich kenn, du Golem, ich weiß, aus Versehen. Ah, weg mit euch, ihr blöden Hexen. Hexen! Ah! Oh mein Gott. Oh. Hey, nein. Die blöden Axtfäder, Alter. Die sind richtig fies. Ah! Oh, zwei Herzen nur noch und ich krieg nur Pech gerade. Oh Gott. Oh, schärfe Dreischwert. Ah! Na, ihr Kollegen? Wie geht's euch? Und Spaß ist... Jetzt bin ich wieder langsam. Oh mein Gott. Ein Iglu. Ja. Ey, das Ding ist, ich hab aber jedes Mal... Oh, eine Dia-Bust-Platte, das ist gut. Ja, Dia-Equip! Halt's ab! Eine verzauberte Dia-Rüstung. Oh, ganz stark und jetzt schau ich mich da runter, aber nicht schön. Oh mein Gott, Ruhe, Waskelett, haupt bloß ab. Oh, die ganze Spinn. Haut ab. Lass mich in Ruhe. So. Das ist noch Ruhe, Waskelett. Ey, jetzt hat mich das wieder berührt. Ja, 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 ja. Ich sag dir, diese... Alter, ja, ich hab auch Dia-Ausrüstung. Sehr gut, sehr gut. Ah! Was ist hier? Ey, die holen mich jetzt. Die holen mich. Den nehmen wir gerne mal mit. Ach, die hab ich geholt. So, zack, zack, äh, zack, zack. Ah, nein, aua. Ey, das kann nicht sein jetzt hier. Ey, Mann, ich wurde wieder geholt. Mein Gott, ich hab zwei Herzen. Weg damit hier mit dem ganzen Zeug. Ich brauche alles nicht mehr. Sechs angeschlossen. Oh, okay, okay, okay. Und jetzt sind wir, glaube ich, gegeneinander, äh, zusammen. Zusammen oder gegeneinander? Weiß ich es nicht. Ich glaube, wir sind jetzt zusammen. Okay. Ich hab mir mal gespannt. Ja. Oder? Oh mein Gott. Ja, Welle 1, Welle 1. Okay, okay, okay. Spinnen! Pass auf. Na. Und weckauen. Oh, noch ist easy, noch ist nicht easy. Oh mein Gott, da sind sogar Creeper, Alter. Die haben ja gar keine Chance, Bro. Und der Creeper, den müssen wir nutzen. Der ist alle hochgeladen. Alle hochgeladen. Lass mich mal, lass mich mal durch, da. Nee. An dem echt gar keine Chance, ne? Die haben keine Chance, Alter. Hau ab jetzt hier, Kollegen. Das war gerade mal Welle 1, Alter. Die haben wir schon direkt gewonnen, jawohl. Okay, pass auf. Ich will mal Welle 1, ich will lieber vergiften. Warte, geh weg da, geh weg da. Weg da, weg da, weg da. Hau mal hin, ich spinne. Alter, wie viele. Wie viele. Oh mein Gott. Frank der Stärke. Oh mein Gott. Ich darf nicht in die Lava fallen, ne? Dann war es das in mir. Oh, die Creeper alle weg. Oh, ich habe die Lava gesehen. Sorry. Nee, nee, kann man nicht, kann man nicht. Nein, das war es in mir. Wieso? Alles gut. Ich dachte gerade schon, das wäre es in mir gewesen. Wieso das denn? Ich darf nicht in die Lava fallen, dann gehe ich drauf, glaube ich. Digga, du kannst ja einfach die meisten einfach nur... Oh, die haben keine Chance gegen mich, Digga. Übertrieben keine Chance. Die sind so schlecht. Ja, und die Creeper haben sich selber geholt. Ich hätte noch eine Armbrust, finde ich, wenn du eine Armbrust hast. Armbrust? Nee. Aber keine Pfeile. Die blöden Spinnen sind los, hier. Zack, 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 zack. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, ich hole sie jetzt gerade alle jetzt hier. Oh, jetzt haben die Zombies schon Rüstungen. Ja, nicht mit uns hier. Kommt her, ihr blöden Zombie. Nee, 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 nee. Zack, zack. Oh. Jetzt würde ich ohne diesen Goldapfel machen, ne? So, nochmal Vergiftungstrank rein beim Zombie. Hier auch nochmal Vergiftungstrank rein. Ich würde die ganze Zeit drauf gehen, ohne diesen Eintrank. Ich helfe dir. Ich habe gerade Probleme. Zack, zack. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott. Alter. Dieser Stier, der Stier, der Stier. Oh, komm her, komm her. Ja, ich habe ihn vergiftet. Ja. Ja, okay, hau ihn weg. Ja. Sehr gut. Aber da vorne ist ein longes Skelett, longes Skelett hier. Ey, ich regeneriere nicht, ich habe nur zwei Herzen, das ist noch ein Goldapfel. Hast du noch ein Goldapfel? Ich brauche den. Gib mir den, du bist ein Full Life. Gib mal bitte. Mann ey, das ist mein letzter. Ja, gib dir jetzt zwei Herzen. Du musst du essen, musst du essen. Bro. Bro. Was zu essen? Was zu essen? Was zu essen? Du musst es alleine machen für uns. Ey, komm schon, du schaffst das. Ja, weil du so gierig und geizig bist. Weil du so geizig bist. Oh mein Gott. Ey, warum stirbst du denn? Digga, du hättest mir einfach deinen Goldapfel geben können, den brauchst du eh nie. Doch, natürlich, ohne den würde ich dich nicht überleben. Ja, den brauchst du. Mann. Du musst mir den Kot. Nein, verdammt. Oh, was soll ich ihn halt schaffen, Bro? Ja, Mann. Du schaffst das, du schaffst das, los. Wir sind auf die fokussiert. Ja. Wir sind auf die fokussiert. Ja. Ja. Geh die, geh die los. Ja. Du schaffst das. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja. Mein Gott. Und? Das ist ein Skelett. M.L.G. M.L.G. Aua. Ja. Juhu. Ja. Wir haben es geschafft. Nein, ich habe es nicht geschafft. Aber egal, das zählt. Da stand nice try. Yo, Kaspar. Was geht ab? Was geht ab? Guck mal, pass auf. Ich gehe ins Lila-Team. Und ich gehe ins Gelbe-Team. Oh mein Gott. Aha. Da wird es zu einem. Da wird es voll Stress. Ich warte mir heute fertig beim Lucky-Block-Rennen. Du hast keine Chance. Ja. Okay, mach mal auf. Deine sind Lila. Ha. Ja. Was ist das denn? Guck mal, das passt ja zu dir. Du bist auch ein Fisch. Ey, du bist selber ein Fisch. Okay, dann mach deine. Ich bin gespannt. Und? Gold-Nuggets. Naja. Ey, die nerven mich. Hau mal ab jetzt, ihr blöden Fischis. Okay, aber wie cool sehen deine denn aus? Die sind einfach lila. Oh, aber die geben mir was zu essen, ne? Ja, meine sind lila. Hier gibt es leider keine Farbe rot. Oh mein Gott. Direkt ihr, Bruder. Sam, Mann. Tja, Kollege, mal guck mal, was kriegst du hier? Okay, okay. Und? Oh, was? Nein. Gold-Shirt mit Schärfe 4. Was? Ey, du bist so ein Glücksbild, ne? Bist du ein Glücksbild? Ja, siehste. So muss das. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hast du es regnen lassen? Was hast du bekommen gerade? Ähm, gar nichts. Hä? Das ist einfach kaputt gegangen, das Ding. Ich hab drei Eisengolems hier bekommen. Richtig unnötig. Dann hab ich es regnen lassen aus Versehen. Ach so, lol. Ey, wie lange geht denn ein blöder Regen, Alter? Weiß ich auch nicht. Ich hoffe, der... Ja, Gott sei Dank. Er war vorbei. Okay, warte. Oh. Er hab mich einmal. Gegen Vergiftungen. Ja, gegen Vergiftungen. Ist einfach nicht verg... Oh, Redstone. Aber du hast doch keine Hacke, um die abzubauen. Haha. Nochmal Diaboot. Entschadet. Wir haben Dornen 3, Federfall 4, Wasserläufer. Oh mein Gott, Halbbarkeit. Oh, was siehst du denn da? Sag mal. Ey, echt extrem, extrem Sachen zieh ich hier. Ja. Was hast du bekommen? Oh mein Gott. Schuss sicher 4, Reparatur 1. Ja, was? Ja. Oh mein Gott, Alter. Oh, Alter, jetzt geht's doch auf die Brust. Ich krieg ne Eisenbrust, ne? Schutz 4, okay. Was ist das denn? Einfach nur ein Eisenblock. Ein Eisennugget, ne? So, komm schon. Ich hab... Ach, ey, was ist das denn? Scheibe, Party, Party, Party. Okay, Party, Party. Oh mein Gott. Oh, hier kannst du aber craften. Hier kannst du craften. Ich kann jetzt sogar rübergehen. Hau ab hier, Kollege. Ja, okay, okay. Das ist einfach der Durchgang jetzt zu uns. Kannst du später craften. Ja, ist echt der Durchgang. Sehr gut, sehr gut. Okay. Ich hab sechs Goldblöcke bekommen. Oh. Oh nein. Oh nein. Aua. Ey, die greift mich sogar an. Ich brauch den Milcheimer. Ich brauch den Milcheimer. Die vergift mich. Ich brauch den Milch einmal her, da, bitte. Ja, ja, ja. Los. Hier, hier, hier. So. Danke, 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 danke. Nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn. Okay, komm, ich mach den nächsten jetzt ja. Ja, ich fahr auch mal auf. Ja. Hey. Oh mein Gott. Ich hoffe, du verlierst alles. Ja. Nein, was? Es ist alles verbrannt, Bro. Es ist alles verbrannt. Hä, ich bin bei Gabe gespawnt. Ich seh nur noch deine Diaboots. Ich seh nur noch deine Diaboots. Ey, das kann doch nicht sein. Das ist doch so unfair, Bro. Okay, du musst bei mir rein, Jan, dann kannst du zu dir rüber. Ja, dann geh ich zu dir rüber. Guck mal, ich hab Diaboots auch grad. Gib die. Gib die ja. Die hab ich grad aus meinem bekommen. Na gut. Ey, ich kann hier gar nicht vorbei, weil das über Lava ist. Loool. Oh mein Gott, raus da. Ja. Okay. Ich muss meine Diaboots holen. Ich würde mich auch holen, wenn ich du wäre. Oh nein, ich hab hier einen Schleimblock. Ey, ich verbrenne gerade. Hört dich auf. Okay, ich hab nur auf jeden Fall zwei Knochen bekommen. Aber ey, ich hab grad nicht verloren. Das ist doch unfair. Alter, du hast alles verloren. Wie bitter. Okay, komm, wir machen weiter auf. Und direkt noch eine Falle. Was? Oh mein Gott. Okay, warte. Soll ich hier rüberkommen? Ich glaub du hast nur Pech. Ich hab grad nur Pech. Ich hab grad nur Pech. Okay, komm. Ich mach dir das nächste Ding. Ja. Ich bin langsam. Nein. Ich bin auch langsam. Ich hab das auch abbekommen. Hä, als auch? Okay, warte. Ich mach mal ihn auf. Und? Hey, der nächste Durchgang. Noch mal so eine Hütte. Ich glaub's nicht. Das ist ja richtig verrückt. Komm. Lass dir den nächsten Lucky Buck aufmachen. Alter, das ist aber voll rangezoomt gerade. Oh, entscharnete Diahose. Ey, Mann. Okay, wenigstens etwas. Ah, Aua. Oh, ey. Oh Gott, oh Gott. Sehr gut, Kaspar. Geh bloß drauf. Nein, nein, nein. Gar nicht gut. Das tut weh. Meine Rüstung geht noch kaputt, oder? Herz des Meeres Gegenstand. Okay. Hä? Keine Ahnung, was ich machen kann. Oh Gott, ich brauch ein bisschen aufpassen. Hä? Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Wow. Wow. Alter, jetzt muss ich... TNT. Ja, ja, aus dem Nichts einfach, ne? Alter, von oben. Wow, eine normale Eisenbrustplatte. Ich hab jetzt langsam Angst, dass ich hier blöde Sachen bekomme, sag mal. Ich hoffe auch immer, dass du gleich blöde Sachen bekommst. Das kann ich angehen. Immer die ersten Checkpoint schon mal. Ich brauch jedenfalls was zu essen. Ich bin nicht full life, oder? Ja, ich hab auch langsam Hunger. Ey, wow, jetzt krieg ich goldene Boots. Oh mein Gott, und ich hab ein Buch bekommen mit Schärfe 5. Was? Könnte ich irgendwas verzaubern. Ey, das ist so unfair, ne? Oh, ich hab ein Enderei. Ein Enderei. Oh mein Gott. Nochmal ein Schwert. Ey, nein. Alter, mit Schärfe 3 nur. Was? Immerhin, immerhin. Was? Ey, ich krieg wieder eine Diamanthose. Ich hab da schon eine Diamanthose. Ja, und Essen. Jawohl, und leckere Cookies. Ey, das ist so unfair, Alter. Die schmecken auch gut. Ja, gut, das hab ich wenigstens Diahelm. Ich wollt grad sagen, du bist ja... Oh. Ey, aber du bist halt doppelt entschaden. Ja. Ah, nicht mit mir, Kollege. Okay. Nicht mit mir. Glaub mir. Okay, jetzt hier das nächste Ding. Oh nein. Killer Bean. Ja. Die killt dich. Killer Bean. Die killt dich. Killer Bean, bitte nicht. Da hast du gar keine Chance. Ich hab kein Schwert. Ich hab kein Schwert. Ich würde dir eins abgeben, aber das geht leider nicht. Hilfe. Ey, nee. Ja, 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 ja. Tut mir leid, tut mir leid. Ich geh jetzt zu meinem Checkpoint und lass mich killen. Los, ihr blöden Killer Bean. Aua. Oh Gott, oh Gott. Ich hab das, überlebst du nicht. Hey, jetzt hauen die ab. Hä? Aua. Ja, wir sind freundlich geworden. Ah. Loil. Ey, ich hab ein Herz. Ja, mit einem Herz kannst du den Kampf rein. Greif mich an, Alter. Da seh ich mich. Ey, greif mich doch an. Jetzt greif mich nicht mal an. Ey, das kann doch nicht sein. Jetzt, sag und. Yo, er geht auch noch ein Level. Das ist hier. Was ist das denn? Och, nee. Nee. Alter, du hast aber auch echt Pech heute. Nur Pech, die sollen abhauen jetzt. Lass mich in Ruhe. Was soll ich los? Du hast halt echt, lass ja richtig. Lass mich in Ruhe. Wodurch, ich glaube, ich lass mich killen. Ich glaube, ich lass mich killen. Das macht mehr Sinn. Komm schon. Und. Oh, nein. Das glaubst du nicht. Was? Wir haben alle deine Sachen eingedudelt. Alter, Aua. Wir haben alle deine Sachen eingesammelt. Aua, ist der gut. Ey, der hat so eine Rasse Reichweite. Bro, du hast jetzt gar nichts mehr. Hä? Du hast sogar deine Tierhose. Du hast damit gleich ein. Pass auf. Der soll mal abhauen. Hast du ein Schwert oder sowas? Ich hab ein Schwert. Oh, Alter. Sehr gut. Der hat jetzt sogar noch ein Clip gedroppt, oder nicht? Ja, der hat meine Sachen eingesammelt. Das war halt das Ding. Okay, jetzt kann es weitergehen. Kein Problem. Alles gut. Ja, ich mach auf meinen und Milcheimer. Ey, du kriegst nie Pech, ne? Ich hab die ganze Zeit Pech, Bro. Ja, ich hab Glück. Ich hab Glück heute. Heute hast du echt Glück, ne? Also komm schon. Ey, was ist das denn? Was ist das denn? Schildkrötenpanzer. Ist der besser als der Diamantpanzer? Ne, keine Ahnung. Ich glaub nicht. Ey, du kriegst noch ein Schwert. Ey. Ich seh schon, komm. Ich hab ja einfach gar kein Schwert, mit dem ich kämpfen kann, ne? Ja, um Milch. Alter, das wärst du aber auch. Okay, warte mal. Ich trink mal ein bisschen Milch. Goldene Karotten. Die sind auch gegen Vergnüge. Was? Sehr gut. Ey, du hast so viel Glück mit deinem Equip. Ja, hab ich. Oh, endlich. Schärfe 3. Okay. Ja, Angriffsschaden 9, ne? So eins hab ich auch. Immer, immerhin. Oh Gott. Ja. Nein, 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 nein. Ja. Alter. Ich greif mich die Schleimlöcke an. Wo kommt die denn auf einmal her? Ja, die kriegen die alle an. Sag mal, pass mal ein bisschen auf da. Du musst die alle kaputt haben. Ich hoffe, dein Schwert ist gleich kaputt. Ich bin schon dabei. Nein, nein, nein. Das hat auf jeden Fall noch geblieben. Ich hab das nicht bekommen. Hä? Was krieg ich jetzt hier? Ja, wow. Aber nicht verzaubert. Naja, es ist schlechter als mein Eisenschwert. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was ist es? Och, was? Ohne Schärfe? Ja. Aber Verbrennung zwei. Verbrennung wenigstens. Oh, das ist stark. Aber ohne Schärfe, Alter. Es ist einfach zwei angeschaut und weniger. Noch eins. Jetzt aber bitte. Schärfe fünf. Nein. Das ist ein Lucky Sword. Schärfe fünf, Verbrennung zwei, Heilbarkeit drei, Verbrennung drei. No way, Bro. Rückstoß. Oh mein Gott, Bro. Ey, jetzt hat mich das Glück verlassen, Alter. Jetzt hatte ich das Glück verlassen, Alter. Jetzt brauche ich mal Wässer jetzt an. Ohne Witz. Das ist so ein krasses Schwer. Oh Mann, ich komme hier nicht hoch. Ich komme auch nicht hoch. Hä? Sag mal, ich bin zu schlecht dafür, glaube ich. So jetzt. Ey, ich bin auch zu schlecht dafür. Warum komme ich hier nicht hoch? Okay. Ich schaffe mal jetzt den Checkpoint. So. Ich mache mal auf. Hey, bloß jetzt keine blöde Falle mehr, ne? Oh, goldene Karotten. So, erstmal schon mal eine essen, ne? Ganz wichtig hier. Was ist das denn? Einfach nur Wasser? Ja, ich kriege Lava, ne? Oh, Potions. Oh mein Gott. Hau ab hier. Schleimlöcke. Falls ich dann noch was leveln kann, ne? Wer weiß. Oh nein. Oh mein Gott. Was hast du denn da schon wieder? Ich sehe nichts. Ich habe einen ultimativen Zoom. Hä? Sag ich auch. Ich kann nichts machen. Ja, okay. Du hast recht. Du hast recht. Alles, alles. Ich brauche jetzt mal. Ey, Schüsse. Ich gehe mal auf Entfernung. Du hast eine volle Schüssel bekommen. Ich habe eine Pilzsuppe bekommen. Ist doch eigentlich auch ganz gut, ne? Ich habe eine Leere nur bekommen. Na toll, sag mal. Ja, Kollege. Komm schon, was habe ich? Na? Ja. Oh nein. Bam. Oh nein. Guck mal hier. Oh nein, 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 nein. Bam. Oh, Alter. Du hast sogar Knockback da drauf, ne? Ja, ja. Ich habe blüht. Ja, Knockback. Das ist richtig krass. Alter. Creeper-Köpfe. Ich bin ein Zombie. Ich bin ein Zombie. Okay. Ja, moin. So, komm. Nächstes Ding aufmachen hier. Mal gucken. Und? Ja, wow. Oh mein Gott. Nein, Enderman. Jetzt kriege ich die Schärfe. Noch mehr. Ich habe jetzt vier Schwerter schon bekommen. Fünf Stück insgesamt. Ich brauche ein bisschen besser Rüstung. So, komm. Hier das nächste Ding aufmachen. Ja, du ertrinkst. Nein, 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 nein. Du ertrinkst. Du ertrinkst. Oh. Ja, warte. Oh mein Gott. Okay. Lucky Helmet. Oh mein Gott. Lucky Helmet hast du auch noch. Lucky Helmet habe ich bekommen. Sehr gut. Hey, du bist jetzt fast voll enchantet, Diana. Ja, da fiel nur noch eine Hose. So. Und normal. So, okay. Ich bin drüben. Du hast bloß kein Pech haben. Okay, Kühe. Oh nein. Raus, 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 raus. Ja, ganz viel Fleisch für mich. Oh nein. Sehr gut. Du kriegst sogar direkt gebrannt, das Fleisch. Direkt gebrannt, ja, ja. So, jetzt habe ich hier extrem viel Fleisch. Komm schon. Oh, und noch mehr Fleisch. Mann. Hä? Das glaube ich nicht. Äh, gut, so viel Essen brauchen wir aber auch nachher nicht, ne. Das ist halt das Ding. Komm schon. Jetzt hier. Ja, das brauche ich nicht. Oh, eine Rose. Hier für dich, Kassel. Oh, kann ich gar nicht setzen. Ja, bitte schicke mir eine Rose. Danke. Okay, machen wir jetzt das nächste Ding auf. Oh, ey. Kann ich dir die Hose abkaufen? Das ist doch schon eine Enchantete. Das ist genau dieselbe. Was? Warum denn? Hä, ich habe irgendwelche Fähigkeiten bekommen. Keine Ahnung. Na gut, okay, weiter geht's. Ist ja komisch. Komm, ich mache jetzt das nächste Ding. Eine Suppe. Wichtig. Ey, goldene Schwerte. Jetzt kriegst du ein schlechtes Sterbe-4-Schwert, was kaputt ist. Wow. Jetzt, wenn man hier drauf geht, ne. Bro. Oh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nein. Oh, Gott. Der Obi-King. Ja. Ja. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Komm, du schaffst es. Du schaffst es. Ey, ich muss ja erst mal aufhören zu verbrennen. Nein, nein, nein. Rüber jetzt mit dir da. Los. Ne, ne. Ich muss erst mal mein Leben. Ich muss erst mal sich gerade regenerieren. Hä? Deine Obi ist auch viel einfacher gewesen. Guck, wie weit ich springen muss. Hä? Du musst doch bei dem... Stimmt. Ja, stimmt. Warte, kann ich nicht einfach auf... Angsthase, Angsthase. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Zeig da mal, zeig da mal. Und mit Anlauf. Und los. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Okay. Nicht schlecht. Und noch eine Suppe. Okay, optimal. Und eine Pickaxe. Ey, ich habe so viel Essen jetzt, ne? Das ist nicht mehr normal. Komm schon. Was können wir jetzt hier mit Ablaufen? Ja, gut, das bringt mir jetzt nicht wirklich viel. Hey, hier sind mehrere Lucky Block hier. Ja, Block. Ja. Juhu. Endlich. Hey, die Glocke. Doch jetzt. Eine Glocke, sag mal. Ja, eine Glocke. Kann ich es mal sehen. Und eine Kuh. Hier, so. Oh, Goldblöcke. Aber leider keine Spitzhacke. Ah, okay. Oh, nee. Ey, kannst du mal aufhören? Und der nächste Milcheimer. Bei mir genauso. Schau mal. Wir haben jetzt eigene Häuser, Kasper. Hä? Ich sehe es. Oh, ein Villager zum Traden. Oh, ich habe aber nichts Gutes. Ey, Mann. Ja, du hast auch noch nicht mal Emeralds. Okay, warte mal. Ist hier eine Craftingbox drin? Hä? Hä? Wo geht es hier lang? Wie soll man jetzt hier durch? Abbauen. Ich glaube, man soll das abbauen. Ey, ich muss jetzt hier einmal so ein Dingblock abbauen, Alter. Ey, Mann. Ich nehme jetzt auch das Holz und mache mir daraus eine Craftingbox. Ja. Ja, ist glaube ich nicht verkehrt. Hast du auf jeden Fall recht. Hast du auf jeden Fall recht? Okay, ich habe jetzt auch schon mal eine Craftingbox. So, warte. So, und zack. Nehmen wir die ganzen zwei mit hier. Okay, machen wir das nächste Ding hier auf, ne? So. Ja, ich mache nur noch ganz was mit dir. Oh, ein goldenen Apfel. Oh. Ein verzauberter Apfel sogar. Hä? Nein. Weißt du, wie viele Herzen du dafür bekommst? Ich glaube, vier Herzen oder so. Boni. Tja, Kollege. Das nächste Ding. Und nein. Was ist jetzt los? Bist du da? Jetzt ist alles dunkel. Du bist in einem Obsidianblock drin. Nein, oder? Ertrinkst du gerade? Oh mein Gott. Ja, ich ertrinke. Oh mein Gott. Das glaube ich nicht, Digga. Ich werde hier alles jetzt. Ich konnte mich rausbauen mit der krassen Spitzhacke. Boah, hast du überhaupt eine Spitzhacke her? Ich habe die gefunden. Oh mein Gott, ich konnte mich rausbauen. Ja. Was? Die muss verzweifelt sein. Warte mal, ich teste mal auf. Oh mein Gott, guck mal, wie schnell die abbaut. Ey, wie unfair ist das denn? Du hast ja so viel Glück jetzt gerade gehabt, ne? Alter. Oh Gott. Hau ab hier. Ich bin jetzt sogar noch ein bisschen schlauer als du. Wieso? Ich mache mir jetzt eine Kiste. Hey, die spammt mich komplett tot. Ja, besser ist das. Ich mache mir jetzt nämlich eine Kiste. Was für eine Kiste? Damit ich meine Sachen reinlagere. So, ich mache schon mal das meiste jetzt erstmal hier, dass ich nicht brauche. Weg. Jetzt kann auf, weg, auf, weg. Okay, okay, Kollege. Ich habe Angst. Aber du hast gerade... Ich habe gerade keine... Komm, jetzt werden wir hier mal nicht so ein Angsthase heute. Mach mal hier auf. Siehst du? Siehst du? Oh Gott. Ich mache das. Na gut, aber wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn du draufgegangen wärst, ne? So, warte. Ich muss noch kurz ein paar Cookies ballern. Und goldene Pferdrüstung. Wozu auch immer. Okay, okay, okay. So gut ist sie jetzt für mich. So, dann nehme ich mal ganz aus hier mit meiner Kiste mit, ne? Und mein Stuff. Oh, ich lasse es regnen. Oh, nee. Oh, nee. Oder nicht schon wieder. Oh, sorry. Hey, wie lange bitte das jetzt regnen? So, ich komme jetzt hier gerade schon mal zu dir nach oben, ne? Ich habe jetzt gerade schon... Ja, komm ran hier. Oh, es hat jetzt schon aufgehört. Es hat jetzt schon aufgehört. Sehr gut, sehr gut. Okay. Ähm, ich glaube, ich nehme mal den nächsten auf hier. Was ist... Fische. Was kriege ich jetzt hier? Bam, bam. Schön zu essen. Einen goldenen Helm. Einen goldenen Helm. Okay. Okay, okay. Das ist auf jeden Fall stabil. Oh, nein. Raus, raus. Oh mein Gott, Bro. Ich bin bis erst schon wieder. Es kann nicht sein. Ich bin gerade rausgekommen. Hä, wie viel Glück hast du bitte? Guck mal, ich wäre da draufgegangen jetzt, ne? Oh mein Gott. So, ich mache jetzt schon mal ein paar weitere auf. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Ja, komm, der killt dich jetzt. Killt er mich jetzt? Der muss den Haft kaputt haben, solange er noch in der Luft schwebt. Solange er noch nah ist. Oh, der ist da sonst wohin geflogen. Alter, einfach Tischtennis mit dem gespielt. Einfach Tischtennis. Okay, machen wir das nächste Ding hier auf, ne? Ey, ich kicke nur blödig schwerter. Das brauche ich alles nicht. Tja, Kollege. Du hast hier direkt meine Kiste wieder mit, ne? Hast du eine Spitzacke bekommen? Das ist so unfair, Bro. Wo hat man... Ach, da hier kann man durchgehen. Ah, hier kann man so durchgehen, ne? Okay. So, ich mache mal das nächste auf. Und... Checky pointy hier, ne? Ey, du hast aber auch wirklich Angst, ne? Dass du mit den Kisten da immer so... Ja, na klar. Was soll das denn? Aber wenn man halt draufgeht, dann geht man drauf. Mein Gott. Ich habe damals in einer Folge mal meine krasse Sachen verloren. Und dann hat man direkt das Geld verloren, ne? Wenn man draufgeht... Oh. Hallo, liebe Gühe. Ja. Okay. Ey, jetzt hast du auch ein kleines Haus. Oh, ich bin vergiftet. Diese blöden... Aber ich komme nicht rüber. Die blöden Fische. Oh Gott, nein! In die Spinnwege. Hier oben! Ich bin hier oben! Warum denn? Oh Gott, ich bin von meinem Lucky Block nicht hochgeschoben. Alter. Okay, komm, ich mache jetzt den nächsten ohne Kiste auf. Ja, ist so, du Angsthase, sag mal. Nix da hier. Guck mal, zack. Auf und... Oh mein Gott. Die... Die haben wir gerade vorbei. Einfach nichts machen. Ja, ich... Ich weiß, einfach nichts machen, lieber. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen besser jetzt, ne? Wir kommen auch mal jetzt den nächsten auf, ne? Yo, aufmachen. Was kriegst du? Eisenschuhe. Warum auch immer, Alter. Aha, okay. Was haben wir hier? Goldball... Oh. Was ist denn das? Wir haben nur Stein. Ich kriege jetzt gerade voll die komischen... Oh. Ein Goldapfel. Eine rote Beete-Suppe. Ja, wow. Das bringt ja gar nichts. Oh mein Gott, Bro. Einfach die ganze Zeit so blitze hier. Sag mal, hau mal ab hier, blitze. Oh, endlich eine Spitzhacke. Endlich eine Effizienz 3-Spitzhacke. Oh mein Gott. Hat doch lang genug gedauert. So. Was habe ich hier? Hä? Ich habe Federfall. Oh mein Gott, raus hier. Ja. Schnell raus. Ja, wow. Das ist auch deine krasse Spitzhacke, ne? Oh, noch eine Suppe. Ey, ich kriege so viele Suppen gerade, ne? Oh. Verdammt. So. Oh mein Gott. Ja, du bist gestorben. Was? Oh, ich bin endlich wieder da, ne? Auf einmal kommt er im TNT. Sehr gut, sag mal. Alter. Guck mal, den Goldapfel, den will ich haben hier. Guck mal, geh ich. Ah, nichts da, Alter. Das wäre es jetzt noch für dich gewesen, ne? Jetzt noch den Goldapfel bekommen. Schildkrötenkorb. Okay, was ist das für Eisenbarren brauche ich nicht. Kubra jetzt auch nicht mehr. Oh, noch entschalteter Diahelm. Der Luckyhelm. Sehr gut. Den habe ich auch, den habe ich auch. Sehr gut. Sehr gut, optimal. Oh, nein, die Giftfische. Oh, schnell Checkpoint nach oben, nach oben. Und Checkpoint. Oh, haut ab, die Giftfische. Jetzt gehen wir nach oben, Kasper. Ja, ja, okay, okay. Jetzt geht es hier. Oh, hier sind sogar Luckyblöcke, ne? Oh, Wolf. Ich sehe es auch gerade. So. Hier geht es jetzt. Hey, darf ich bitte mal die Leiter hoch? Nur weiter. Und was ist hier in dem Luckyblock drinne? So. Hä, was ist das? Was kriege ich da drin? Oh, Diamanten. Okay. Diamanten? Ja, aber die brauchst du eigentlich gar nicht. Ja, ist runtergefallen. Du bist doch Fulldier schon. Ich bin auch eigentlich schon, ja, ich bin so gut wie Fulldier. Außer meine Platte. Das hätte ich eigentlich machen können jetzt gerade. Aber egal. So, mal gucken, was kriege ich hier in dem Luckyblock drin? Nein. Nein. Was ist los? Alter, ich war gerade gefangen. Ich bin, es spawnt einfach ein Redstone-Vieieck in mir drin. Bist du mal oben? Komm ran hier. So, warte. Du brauchst ja zehn Jahre, bis du bist, sag mal. So, okay. Okay, okay, okay. Machen wir dann ganz kurz mal auf. Oh, ein paar Diamanten. Zwei Stück aber nur. So, ich würde sagen, ich bin bereit fürs Finale Battle, Kasper. Ja. Warte mal, warte mal. Ich habe hier gerade andere Sorgen. Ah, ha, ha. Schnell raus. Alter, ich sag dir, du würdest nur draufgehen, würdest du sowas bekommen. Ich weiß, ich weiß. Ich bin auch bereit fürs Finale Battle. Ich bin jetzt bereit fürs Battle. Okay, du wirst jetzt sowas. Oh, ho, ho, ho. Oh. Ey, ich wollte mit dir ein Battle machen. Nein, okay, Faustkampf, Faustkampf. Oh, nee, es würde nichts bringen. Oh, Mann, ey. Verdammt. Ich so. Hey, Kasper, Kasper. Was geht? Oh, mein Gott, hast du schon gehört? Hast du schon gehört? Was ist los? Und zwar, wenn die Sonne heute untergeht, kommen ganz, ganz viele Skelette. Es sollen wahrscheinlich über 100 Stück kommen heute. Was? 100 Stück? Ich weiß, so eine Skelette-Evasion. Oh, ich bin ein kompletter Minecraft-Noob. Da gehe ich doch direkt drauf. Bro, das Problem ist, guck mal unsere Base an. Die ist komplett gar nicht drauf vorbereitet auf so Kassen-Skelette. Oh, was sollen wir denn da jetzt machen? Sag mal. Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen abwenden oder so. Ich weiß es auch nicht. Mann. Das Problem ist aber, wir müssen am besten unsere Base komplett schützen. Hey, wir können aber was dagegen tun, Kasper. Und zwar, das ist deine Kiste und das ist meine Kiste. Oh, was ist denn hier alles drin? Ich habe mich nämlich schon mal vorbereitet heute. Hier haben wir extrem viele coole Sachen drin. Und zwar Spike-Traps, Zäune und sowas. Weil es fallen noch verschiedene. Laser! Ich weiß, ich weiß. Laser. Oh, mein Gott. Okay, komm. Lass uns hier einen Schutzwall bauen. Ich baue noch mal kurz hier vorne. Ich habe, glaube ich, noch irgendwo meine Schaufel irgendwo liegen. Ja, jetzt noch meine Schaufel. Also, ich fange hier einfach schon mal an. Also, du sagst, die Zombies kommen. Weißt du, ob wir noch welche Richtung die kommen? Nee, die Skelette. Die Skelette kommen. Äh, die Skelette. Was machst du da jetzt? Was machst du da jetzt? Ich würde jetzt hier so einen Wall bauen einfach. So einen kleinen Einhochrohr. Okay. Okay, das ist auf jeden Fall... Ja, stimmt. Meinst du, meinst du, so einen kleinen Sniper-Turm oder was? Ja, naja, das können wir später noch bauen. Aber erst mal, dass wir sozusagen die ein bisschen abhalten können von unserem Haus hier. Okay, gut, dann baue das mal schon mal ein bisschen hin. Weil ich mache jetzt, glaube ich, so, dass ich jetzt vor dem Wall... Erstmal so ein Zweier- oder ich mache so ein Dreier-Wasserloch. Das heißt, sie sind auf jeden Fall erst mal richtig... Damit sie reinfallen, ne? Ja, damit sie reinfallen. Und damit sie halt erst mal, beziehungsweise erst mal richtig langsam sind dadurch, ne? Ja, okay. Das heißt, sie sind jetzt erst mal alles, Leute, alles hier. Zack, zack, zack. Ich baue den mal ab hier. Genau, baue den mal weiter. Hier in die Richtung, das ist auch noch bald. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, bei den Zombies so ein Lava-Sigmat. Und der hat auf jeden Fall ganz verfinanziert. Stimmt. Aber diesmal, Bro, das Problem ist diesmal, die schießen halt auch aus der Entfernung. Ich weiß, das ist das Problem. Ja, safe, safe. Das ist echt schwer mit denen. So, jetzt hier schön erst mal alles abbauen, Leute. Oder du machst erst mal nur einen Lava-Kanal, dass die sozusagen, wenn die von vorne angreifen sollten, weißt du, dass man hier sozusagen ne Brücke macht, so. Ja, okay, du hast recht, du hast recht. Das wäre einfach nicht verkehrt. Wir machen das Ende sozusagen und dann machen wir einen Lava-Kanal. Okay, dann mache ich jetzt hier so einen schönen Lava-Kanal hin, Leute. So. Okay, okay, okay. Dann baue ich hier mal weiter. Ich mache hier nämlich schon mal die erste Reihe krasse Spikes hin. Dass wir sozusagen, dass die direkt, wenn die da rüber laufen... Warte, ich helfe dir mal ganz kurz. Au! Was? Ja, da gibst du mich direkt Schaden, wenn man da rüberläuft. Aua, aua, aua. Okay, warte mal. Du hast jetzt die krasse Spikes. Dann, äh, ich gehe direkt hinterher und droppe da auch ganz sowas Ekliges rein. Und zwar... Was denn? Nagelfallen mache ich dafür hin. Oh mein Gott. Das Ding ist, man sieht die halt auch gar nicht. Man sieht diese Nagelfallen fast gar nicht. Ah, schütt... Aua. Oh mein Gott, das tut voll weh hier. Pass auf, pass auf. Hier nochmal die Nagelfallen. Du musst die nochmal abbauen, die drei. Die habe ich falsch gebaut aus dem Lava. Achso, ja, kein Problem. Die kann ich schnell abbauen. Okay, ja, danke. Und dann zack, zack, zack. Ja, ich weiß. Die Nagelfallen. Die Nägel haben nochmal den letzten Schlüpf auf jeden Fall. Aber echt, aber echt. So, und das Ding ist, falls das noch nicht reicht, habe ich eine Idee. Und zwar machen wir jetzt hier so kleine Fallen hin. Das heißt, wenn die jetzt hier durchkommen wollen, ist ja da jetzt so eine kleine Falldingens, so eine Fallschatte. Ah, eine Falltür. Ja, ich schmeiße das auf. Warte mal, ich mache es noch ein bisschen tiefer. Mach noch tiefer. Ja, das reicht, wenn die da so schon festlegen. Und dann mache ich jetzt so ein Ding hier rein. Die nicht so hoch machen. Achso, achso. Das sehen die doch. Nein, nein, nein. Da machen wir nämlich Sand drüber einfach. Ach, Mann. Ich probiere es mal aus. So, Sand. Ja, guck mal. Oh mein Gott. Als cool ist es, dann denken die halt, wir sind einfach so irgendwie, wir sind unser kleiner Sandkasten oder sowas. Oh mein Gott. Okay, bau dicht, bau dicht. Oh mein Gott. Das Ganze machen wir auf der Seite auch nochmal. Dann kannst du in der Zeit schon mal. Ja, okay, okay. Oh, hier ist sogar Klaus schon auf dem Boden. Ja, in der Zwischenzeit würde ich einfach schon mal ein bisschen Stacheldraht aussehen. Oh ja, Mann. Stacheldraht sind ja auch echt mega, mega wichtig. Was das Ding ist, ich bin überlegen, sollen wir noch Lava reinmachen? Was denn? Nee, ne? Nein, nein. Das reicht schon. Nein, jetzt auch das wäre zu. Aua, hast du Essen? Ich habe nur noch zwei Herzen, sehe ich gerade. Also, du nur noch zwei Herzen hast. Ja, ich meine, Essen regeneriert es nicht. Vielleicht kannst du mir mal Essen geben oder so. Danke. Kein Problem, kein Problem. So, sehr gut mit dem Stacheldraht auf jeden Fall. Jetzt muss ich die Falten auslösen. Das Ding ist, ich glaube aber, unsere Base ist noch nicht hoch genug. Ah, okay. Und ich glaube, guck auf, hier fehlt noch was. Und zwar, ich glaube, ich mache es hier einmal ganz kurz. Au, oh mein Gott, wenn die da rüberkommen. 5,5 breit. Und hier auch nochmal ganz kurz, so. Das heißt, es ist jetzt, glaube ich, 6 mal 5 oder so. Oder 7 mal 5. Okay, und da hast du es jetzt? Mach dann parallel auf der anderen Seite auch, dass wir auf der anderen Seite haben. So ein Tower. So ein kleinen Turm, wo wir halt so von einem selber mit dem Boden runterschießen können. Oder mit einem Sniper aus der Kiste. Oh mein Gott. Ja, ja, das machen wir das auch hier. Das heißt, wir machen jetzt einmal ganz kurz. Ja, jetzt muss ich hier einmal. So, Leute. Alles hier einmal schön ran machen. Zack, 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 zack. Ey, das wird so cool, ne? Die werden keine Chance haben, die Skelette. Oh mein Gott. Oh, ich save, save, save. Hier. So, das kommt wieder weg. Hier wird mal ein Eingang. Denk an einen Eingang, ne? Dass du da einen machst. Ja, ja, ich habe auch schon einen Eingang. Und dann mache ich den auch mit einer Eisentüren, sodass die da nicht reingehen können. Ja, genau, genau. Zack. Ja, das muss man aufzubauen. Zack, hier auch noch einer. Ich sage dir, die werden keine Chance haben, wenn die kommen. Nein, nein, die werden auf jeden Fall keine Chance haben, Bro. Die werden auf jeden Fall keine Chance haben. Okay, ja, ich bin auf jeden Fall schon mal hier zufrieden. Ja, das ist schon mal ausgerüstet. Okay, das ist gut. Genau, ich bin hier schon mal vom Turm her auf jeden Fall ausgerüstet. Oh Gott, pass auf, die Sonne ist schon gerade... Ey, die hat sich schon echt gut bewegt gerade, ne? Ist die schon weiter runtergegangen, oder was? Wir müssen weitere Fallen bauen, ne? Genau, wir brauchen noch weitere Fallen. Mit bisschen mehr Stacheldraht. Vielleicht hier noch so hin, sowas? Ja, mache auf jeden Fall alles voll. Ich mache jetzt erstmal noch mal hier, ich hole mal gleich noch ein paar Leitern. Das heißt, hier... Hier, wo wir gleich nochmal eine Tür rein, Leute. Okay, ich mache hier erstmal noch mal eine Reihe bisschen Stacheldrahten. Und hier, ich mache auch bei meinem Turm. Das ist auf jeden Fall keiner... Ja, genau, genau. Irgendwie hat Bock hier hochzugehen, Leute. So, einmal alles voll machen hier mit den Sachen. Barbed Wire, alles voll. Ja, okay, so. Oh mein Gott, Alter. Zack, zack, zack. Ich sage dir, wird keiner reinkommen in den Turm, Kaspar. Ne, 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 ne. Also, wenn hier einer reinkommt bei mir oder bei dir, Alter, dann gibt es auch wirklich Ärger. Dann gibt es wirklich Ärger. Alter, dann gibt es auf jeden Fall richtig Ärger. So, ich hoffe, dass wir das überleben werden, ne? Ja, klar. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Aua. Die werden keine Chance haben. Ich sage dir so, wie es ist. Naja, okay, wenn du das sagst, dann muss es so sein. So, das Ding ist, also heute, die sollen halt aus dem Westen kommen. Und da ist ja der Westen. Und solange nicht hinter unser Haus gehen, ist eigentlich alles gut, weil hinter unser Haus ist Gewalt. Also, genau, genau, genau. Da wären wir halt angreifbar. Aber ich habe das so gesagt, ich habe die Eisenmauern, habe ich zugebaut. Das heißt, die können hier gar nicht mehr kommen. Okay, das ist gut. Das ist optimal. Zumindest nicht zum Eingang. Aber die werden halt mit ihren Pfeilen überall feuern, so doll sie können. So, okay, jetzt mache ich nochmal ganz los. Die Bände hier nochmal ein bisschen höher, Leute. Bam, bam, bam. Also, hinten wird auf jeden Fall keiner durchkommen, ne? Das ist unmöglich, weil ich habe jetzt die Bände so hoch gemacht. Auf der einen Seite. Guck mal, was habe ich noch in der Kiste? Weil ich habe nämlich noch... Oh, ich habe nämlich noch TNT. Oh, TNT-Fallen werden auch... Lass die noch da ganz weit davor bauen. Ich mache die davor, nämlich. Das heißt, wenn die gleich davor reinlaufen sollten... Stimmt, dann geht es übel ab. Das heißt, ich brauche mich einmal hier raus und dann zum Beispiel so einfach hier jetzt so hin. Ich mache jetzt einmal so eine TNT-Falle. Ich glaube, du kannst einen Tief graben. Pass auf, pass auf. Grabe einen Tief. Ja, ich weiß. Ich muss ja einfach nur einen Tief und dann lege ich da Sand drauf einfach und dann die Platte drauf. Oh nein, ich habe es schon ausgelöst. Oh Gott, oh Gott. Was laberst du? Oh. Was machst du denn? Oh Gott. Ja, aus Versehen gerade. Oh Gott, ich dachte, du treten meins aus. Guck mal, ich mache jetzt überall, damit wir auch Sichtbares haben, dass man noch nicht drauf treten soll. Mache ich da jetzt auch unsere... Also das mit Sand drüber. Das sehen die ja nicht, ne? Ja, stimmt. Und hier sind überall so Minen dann, ne? Da musst du auf jeden Fall... Ich sage dir, die werden nicht darauf achten, wenn die ganzen Minen da auf dem Boden sind. Nein, vor allem ist da auch noch Sand, da ist ja auch noch so Dreck dazwischen, ne? Das heißt... Die denken, da ist nichts. Da ist einfach nichts, denken die, ne? Die denken, da ist nichts, aber... Ja, klar, aber ich habe es dann nur so für das Visuelle gemacht. Das heißt, hier sind auch schon mal Fallen. Ja, okay, okay. Da kann man darüber... Ach, man kann darüber laufen, sehe ich gerade über den Rasen. Ja, über den Sand. Über den Rasen? Dann machen wir den einfach gleich auf. Das heißt, wenn die dann kommen, machen wir den einfach gleich auf. So, und ich glaube, ich muss auf jeden Fall unsere Base noch ein bisschen mehr schützen, unser allgemeines Haus. Deswegen, ich glaube, ich mache jetzt mal alles ganz kurz zu Eisen. Könnt ihr mir nämlich helfen? Du jetzt auf den Like-Button, Leute. In 3, 2, 1, 1, yes! Oh, oh, oh! Oh mein Gott, okay. Das hat echt ein bisschen gedauert. So, du hast in der Zeit... Aber cooles Haus. Was hast du in der Zeit noch gemacht? Oh, das noch hier. Ich habe hier vorne Lava gebaut, genau. Ich sehe es gerade. So ein Lava-Fluss sozusagen dahin. Dann können wir hier... Also einen kleinen Weg lasse ich diesmal da, falls wir wirklich abhauen müssen aus der Base. Können wir das über diesen kleinen Weg machen da vorne. Okay, das ist echt gut. Dann müssen wir natürlich zu noch bauen, wenn die kommen oder nicht. Sonst können die einfach reingehen. Na ja, aber dann... Wollen wir es zu? Ich weiß es nicht. Wir wollen die ja auch rein haben. Da schauen wir im Fall gleich. Ich habe nämlich hier was vorbereitet, hier drin. Oh, du siehst es schon. Diamantrüstung. Sehr gut. Okay, das ist cool. Wenn die jetzt kommen sollten. Du hast zwei Helme. Stimmt, ich hatte schon einen Helm. Du hast schon einen. Okay, warte, dann geht der weg. Sehr gut, die machen den Spaß, sehr schön. Okay, jetzt habe ich, oh mein Gott, komplett Diamantrüstung. Jetzt haben wir hier die Diamantrüstung. Hey, yeah. Okay, es fehlen aber noch ein paar Sachen, muss ich sagen. Und zwar, generell ein paar Fallen einfach noch, würde ich sagen. Genau, auf jeden Fall haben wir noch so Barb-Ware-Fans. Und ich habe noch so eine Venus-Fliege und Bärenfallen drauf. Oh mein Gott, wir haben noch einen Laser. Ich sehe auch gerade, wir haben... Laser, stimmt. Oh mein Gott, das müssen wir machen. Wir haben noch Laser, das heißt, pass auf, ich mache jetzt erstmal ganz kurz hier diese... Was haben wir da alles? Also müssen wir gleich nochmal... Venusfallen. Oh nee, ich mache hier ein paar Bärenfallen noch aus. Aua, 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 ich bin reingegangen selber. Setz bloß die TNTs nicht auf. So, warte mal, ich baue das Laser, die Laserstrahlen, ich baue die hier so. Okay, so mache ich das. Wir müssen die einmal komplett um die Base rum machen. Das ist ganz wichtig, wir müssen einmal... Um die Base? Willst du komplett rum? Ja, musst du die doch heftig ausstellen, oder nicht? Hätte die jetzt so gebaut hier. Ach, für vorne? Ja, aber was, wenn die hier anders... Warte mal, und dann könnten wir doch so machen, oder nicht? Zack, guck mal, hier, so machen wir das. Wie denn? Oh, das ist gut hier. Guck mal, der genaue Durch... Ja, Alter, hier kommt keiner rein, sag mal, was soll ich dir jetzt schon sagen? Wir sind noch ein bisschen begrenzt mit den Laser. So, was hast du jetzt gemacht? Du hast die so gemacht, oder? Genau, genau. Okay, pass auf, ich mache die auch mal ganz kurz hier so hin. So. Ah, oh mein Gott! Was ist passiert? Wie schnell bin ich... Brüli, bloß nicht, wie schnell bin ich draufgegangen? Hä, ja, natürlich. Was hast du denn gemacht? Alter, ich bin so schnell draufgegangen. Hä, Bro, das sind die krassesten Laser. Ich habe es gerade schon gemerkt, sag mal, das hat fünf Sekunden gedauert, war ich direkt tot. So, warte, ich mache mal ganz kurz hier so ran. Hier auch noch das Ding, da. So, aua, aua, aua. Oh mein Gott, die Bergfall. Das Ding hier unten. Ich bin nicht wieder so. Und das Ding, ah. Meine Dierrüstung, es verbrannt meine Brustpanzer. Ehrlich? Oh, okay, das ist natürlich belastbar. Aber kann man die auch nochmal ausmachen? Ey, wie kommen wir aber da jetzt wieder rein? Ja, das ist jetzt natürlich ein Problem. Vielleicht so erstmal? Ja, ja, so. Und jetzt drauf springen, guck. So, ja, so kommen wir rein, so kommen wir rein. Aber nur die Profis. Ich kriege es nicht richtig hin platziert jetzt. Okay. Dann, guck mal, dann haben wir es jetzt so gemacht. Hier, mach den hier, bam. Dann macht die Laser auch nicht ran. Ah, Alter, das ist... Hey, ich kriege ja schon was drauf, nur beim Reinkommen mit dir. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, das ist mega, mega schwer. Okay, pass auf, ich baue das nochmal ganz kurz hier. Haben wir noch Holz irgendwo? Ja, äh, nee, hab ich auf jeden Fall nicht. Hier sind wir noch ein Diaschwert in meiner Küste. Ich sehe, ja, ich sehe auch gerade, was haben wir hier. Guck mal hier, guck mal. Wieso, was haben wir hier? Einmal so ein Swat, wie so ein Schild vom Swat. Guck mal, ja. Zurück mit euch. Das habe ich gar nicht, das hast nur du. Das ist ja krass. Und ich habe auch gerade gesehen, ich habe auch so eine Sniper. Was ist das Sniper? Ich würde schon nochmal gerne üben, damit zu feuern. Oh ja, das glaube ich dir auf jeden Fall. Ich war nochmal hier ganz kurz so ein... Reicht sich hier irgendwo ein Schwein oder so? Ein Schaf! Das sieht jetzt nicht so optimal aus. Hast du es gefunden? Ah, quack, 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 quack. Oh mein Gott, ich habe das Schaf komplett erwischt. Wie ehrlich? Warte, ich komme zu dir. Komm hier hoch, komm hier hoch, komm hier hoch. Hier vor uns das Schwein. Hier ist so ein Schwein vor uns. Äh, okay, da ist das Schwein. Die Schluss, 12 Uhr. Ja, ich seh's. Und boom! Okay, das scheint gut zu funktionieren. Aber nur noch 8 Schuss. Ich muss hier meinen Weg nach oben bauen. Ja, okay, mach mal, ja. Und ich habe nur eine Laserpistole, sehe ich gerade. Was kann die denn? Wow! Das klang gerade ein bisschen heftig. Oh mein Gott. Das ist so krass, das Teil. Die klangen ja gerade extrem heftig. Was war denn da los? Alter, ich mach nochmal, ich mach nochmal, ich mach nochmal. Warte mal. So, warte mal. Alter, die klingen extrem krass. Ich gehe nochmal jetzt hier nach unten. Und ich schnapp mir jetzt auch die Sniper. Ich guck hier auch nochmal ganz kurz. Was ist hier? Ach, hier ist gar nichts. Oh mein Gott. Hast du noch was zu essen irgendwo? Was zu essen wäre sehr, sehr... Nee, was zu essen wäre jetzt gerade nicht mehr. Wir müssen hier... Warte, wird es schon dunkel? Oh mein Gott, es wird schon dunkel, Bro. Zeig mal. Oh Gott. Alter, die Sonne geht schon runter. Oh Gott. Oh nein. Oh, nicht, dass die jetzt gleich kommen. Warte mal, zeig mal, zeig mal, zeig mal. Äh, oha. Warte mal. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ey, verdammt, verdammt, verdammt. Okay, okay, die Zombies kommen. Okay, die Skelette meinst du? Die Skelette werden gleich kommen. Ja, die Skelette, die Skelette, nicht die Zombies. Brauchen wir doch irgendwas schnell, irgendwas machen, bevor die Sonne komplett untergegangen ist? Irgendwas, was wir machen können? Äh, gute Frage. Lass uns mal ganz kurz gucken. Hier ist noch so... Hier vorne vielleicht nochmal. Oh, ich kann man gar nicht... Hier kann man nirgendwo mehr hingehen. Nee, 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 nee. Okay, ich mach nochmal hier so Zäune ran. Wir lassen uns verbunkern, lassen uns verbunkern. Zack, 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 zack. Genau, boah, einmal alles dicht hier. Alles immer dicht machen hier mit den fetten Zäunen. Ich mach hier noch ein bisschen Stacheldraht hier vorne hin, so. Genau, mach noch so viel Stacheldraht, wie es geht. Und die Fallen frei bauen, hast du fast vergessen, die Fallen frei bauen. Oh, stimmt, die Fallen müssen wir echt frei bauen, Leute. Ey, jetzt gehen die alle kaputt, weil das Sand da rauffällt. Oh, Mann. Stimmt, warte mal, ich hab noch welche, alles gut. Ich hab noch welche. Okay, okay, okay. Kein Stress. Dann werden die mich auch nochmal reinfallen, Leute. Und so. Das ist eine echt gute Falle. Okay, denke, dass du einen Weg nach draußen lässt, falls wir abhauen müssen, ne? Ich wollte es nur sagen. Ja, genau, okay. Okay, ich geh jetzt schon mal rein, ich fahr jetzt ganz kurz, bis es ist hier. Mal gucken, ich brauch nur nicht essen. Ich brauch erst, guck mal bitte im Lager nach, ob wir was finden. Oh Gott, da oben ist kein Platz mehr, wir müssen nach unten. Guck unten nochmal nach dem Essen. Hast du das gehört? Was, 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 was? Komm, oben war ne Explosion, gerade oben war ne Explosion. Wie, oben war ne Explosion? Was ist hier? Oh, mein Gott. 100. Skelette. Es ist schon dunkel. Ja, 100 sind in Tower, in Tower, in Tower. Verdammt, verdammt, verdammt. Die schießen schon, die schießen schon. Die schießen schon. Au. Ich seh sie gerade. Guck mal, sie probieren reinzugehen. Sie probieren reinzugehen, ich seh's gerade. Die schießen schon. Au, die hab ich in Sch... Alter, aua. Der hat geschubst, der hat geschubst. Vorsichtig, vorsichtig, ey, hier sind so viele Skelette, Leute. Au, ich hab ein Herz nur noch. Haut ab hier. Hier ist doch ein Herz. Oh mein Gott, oh Gott. Ja, weil die mich, die treffen so gut. Alter, da laufen die, die müssen die wegfeuern, schnell, 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 in die Fallen. Die müssen die wegfeuern, schnell, schnell, in die Fallen, in die Fallen. Sind die bei dir schon rein? Ne, noch nicht. Die stehen davor. Oh mein Gott, die ballern sich alle gegenseitig ab. Oh, da, das TNT ist schon hochgegangen. Das TNT, oh mein Gott. Kommt da, der läuft da rein, läuft da rein. Laserblaster, ja, an der Falle ist der gerade draufgegangen. Ja, ja. Aua, aua. Sehr gut. Alter, aua, hast du das gerade gesehen? Was denn? Der hat einen, der hat gerade, guck mal da unten. Ah. In die Laser, ja. In die Laser strahlen. Die müssen in die Dings reingehen. Hier drüben nochmal, hier drüben nochmal. Hinten, bei dir auch noch, da sind auch noch welche, glaube ich. Alter, ich seh, guck mal da hinten. Oh mein Gott. Da sind viele in dem Loch drin. Feuer. Guck mal da, 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 da. Ja. Was mach ich am besten? Warte mal, warte mal, warte mal. Bisschen Rambo-Action, komm, wir machen mit Schwertern. Mit Schwertern. Mit Schwertern, okay, wir gehen mit Schwertern rein. Oh, vorsichtig. Hier, Schild ausrüsten. Okay, warte. Wo ist mein Schwerd? Hier müssen wir über die Dings drüber. Ah, okay. Und Rambo. Durch die Skelette durchgehen. Ich zue das TNT. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was los? Ich bin da gerade reingefallen. Oh, TNT, aua. Schulz hier erst in die Bärenfalle gegangen, ja. Oh mein Gott, das sind so viele. Ey, der Zombie hat eine Pistole. Bro, das sind so viele. Weg mit dir, weg mit dir. Ah, Hilfe. Ich mach eine Giga. Hast du noch TNT? Giga-Explosion. Ich hab noch TNT, ich hab noch TNT. Bist du bereit? Mach hin, mach alles hin. Bist du bereit? Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Laufen. Lars, hast du gemacht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Game ist gecrasht. Meins auch. Was? Nein. Oh mein Gott, Leute. Aber wir haben dann, glaube ich, unsere Base ganz gut beschützt. Komplett gesichert. Sehr gut. Wenn ihr davon noch mehr sehen möchtet, Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall hier unbedingt das Video aus, Leute. Einfach raufklicken und haut da rein. Bis morgen. Ciao, ciao.